Wäre ich ein Politiker, würde ich mich, meine Damen und Herren, ebenso wie im Frühjahr auf dem Balkan, auch im Zweiten Tschetschenienkrieg, offen oder stillschweigend auf die eine Seite der Konfliktparteien stellen. Doch, da ich als Schriftsteller eine antipolitische Haltung einnehme, fühle ich mich einer dritten Seite verpflichtet, nämlich den Opfern, den Nichtkämpfenden. Da ich das Verstehen, das umfassende Verstehen der Menschen in ihrem Kämpfen als besondere Berufspflicht der Intellektuellen begreife, als ein Gebot der Selbstachtung, ist es nicht mehr als logisch, dass wir den Wortführern der Akteure und denen, die hinsichtlich des Verstehens das Credo der Menschenrechte zu ihren eigenen Sachen gemacht haben, ein Forum bieten. Ein Forum, ein Ereignis hatte keinen Wert, könnte jemand sagen. Meine Lektüre und die Erfahrung haben mich gelehrt, dass sie sehr wohl einen Wert haben. Es ist schon vorgekommen, dass sich bescheidene Zusammenkünfte als der Beginn von Schicksalswänden erwiesen haben. Auf dem Feld der Werte sind Trümmerbeseitigung und Wiederaufbau angesagt. Im Frühjahr ist es den westlichen Demokratien gelungen, das eigene Wertesystem zu bombardieren. Aus dem Beispiel, dass auch wir uns daran machen, andere Menschen zu töten, zur Strafe dafür, was im Verlauf vom Kämpfen Menschen wechselseitig von Menschen getötet worden sind, lassen sich schwerlich normative, politisch-moralische Lehren ziehen. Die Messlatte ist ins Wanken geraten. Die im Frühjahr erfolgte Intervention auf dem Balkan hat den ethnischen Konflikt der beiden Seiten eher verschärft, statt ihn zu mäßigen, und sowohl die Zahl der Toten als auch das menschliche Unglück beträchtlich anwachsen lassen. Das menschliche Leben ist heilig, das der Kinder doppelt. Einen Menschen zu töten ist Sünde, ein Kind zu töten ist doppelte Sünde. In diesem Krieg wird erneut viel getötet. Soldaten töten Soldaten. Auf einen getöteten Kämpfer kommen zehn getötete Zivilisten. Von wessen aus macht sich ein heuchlerischer Begriff auf seinen finsteren Weg kollateral Schaden, kollateral Damage? Die Kamera zeigt ein beinamputiertes Kind. Das sei nicht gewollt gewesen, bringen wir unser Bedauern zum Ausdruck. Wir hätten nur legitim und moralisch gerechtfertigt, jenes ein schwarzer Schaf abschlachten wollen. Das sei es, was zähle. Das sei wesentlich. Dass wir aber auch neun weiße Lämmer abgeschlachtet hätten, das sei lediglich ein Unfall, ein Versehen. So die tonangebenden Politiker und Militärs. Ein naiver Mensch, der lieber seinen Augen als den Reden traut, sagt, nachdem er die Zahlen gegeneinander abgewogen hat, wenn unter zehn getöteten Einkämpfer ist, sind die neun übrigen wesentlich. Gegen sie wird der Krieg geführt. Das ist ausschlaggebend. Das Kollaterale ist das Zentrale. Nicht nur, weil die schutzlosen Opfer in der Mehrheit sind, sondern auch deshalb, weil sie zu töten kein Kampf, sondern Mord ist. So viele auch den allzeitigen Unsrigen die Daumen um des Sieges willen drücken mögen, für Kinderserge gibt es keine Rechtfertigung. Für die unschuldigen Opfer gibt es keine Rechtfertigung. Es bleibt sich gleich, von wem die Explosionen kommen. Von Terroristen oder Antiterroristen, die den 19. ebenfalls Schrecken bringen. Eine Rechtfertigung gibt es selbst dann nicht, wenn die Ausdrücke wie nationale Befreiungskämpfer oder Kräfte zur Aufrechterhaltung der Ordnung benutzen. Die politischen Ziele, in deren Interesse die tschetschenischen Radikalen unzufrieden mit den Mitteln der politischen Arbeit gegriffen haben, sind nicht gute Ziele. Sie führen zur nationalistischen Diktatur. Die Taten werden durch ihren Preis qualifiziert. Liege den tschetschenischen Radikalen an Sicherheit und Freiheit der Iren, würden sie nicht herumballern und stattdessen das Risiko abwägen. Gefährdet ein Führer, um der von ihm abgesteckten zivilen Ziele willen die zivile Bevölkerung, opfert er die seine, dann macht er sich auch dem eigenen Volk gegenüber schuldig. Er muss damit rechnen, dass mit Gewalt beantwortet wird. Dass die tschetschenischen Führer die Mittel des demokratischen, auf Verhandlungen basierenden, offenen und legalen Politisierens der gewaltfreien Selbstverteidigung ausgeschöpft hätten, glaube ich nicht. Selbst das Mitgefühl mit den Opfern kann uns nicht zur moralischen Unterstützung der bewaffneten Separatismus verpflichten. Was nun die russische Politik angeht, so haben ihre Führer der Polizeieinsatz gegen einzelne Verbrecher zum Kampf gegen ein ganzes Volk umgewandelt zur nationalistischen Strafexpedition einer Großmacht. Auch die russischen Führer bedauern die Kollateralschäden. Die Heuchelei des Westen rechtfertigt die Hypokrisie der Russen nicht. Präsident Clinton und seine Umgebung hatten für den auf dem Balkan bewiesenen Heldenmut auch ihre innenpolitischen Gründe. Präsident Yeltsin und seine Umgebung haben für den in Tschetschenien bewiesenen Heldenmut ebenfalls ihre innenpolitischen Gründe. Der russische Feldzug ist eine zweifache Aggression. Er vereint in sich das Verfahren Milosewitsch und der NATO. Eine ganze Ethnie wird als terroristisch abgestempelt, so ist es üblich, und zerbombt wird ein militärisch schwacher, jedoch im Bodeneinsatz gefährlicher Landesteil, ein wohl verbündeter Republik. Ähnlich dem Beispiel im Frühjahr wird die neue Kriegstechnologie vorgeführt, statt Massenvernichtung die Kunst der präzisen Zielgenauigkeit, noch dazu ohne eigene Menschenverluste. Der moderne Krieg ist umso perfekter, je mehr er an die Jagd erinnert. Was jedoch die selektive Präzision angeht, haben wir allen Grund dazu, daran zu zweifeln. In den Fernsehnachrichten bekommen wir Bombardierungen und Artilleriefeuer zu sehen, einen Krieg gegen Siedlungen von Menschen bewohnt. Den Anzeichen zufolge ist es dem russischen Staat seit 200 Jahren nicht gelungen, mit einem Teil der Völker des Nordkaukasus zu einem wechselseitig annehmbaren, verfassungsmäßigen Kompromiss zu gelangen. Das ist aller Wahrscheinlichkeit, nach einem gemeinsamen Versäumnis der Betroffenen zuzuschreiben. Den Fehler beider Seiten. Doch der Größere trägt auch grössere Verantwortung. Wenn der Große den Kleinen bombardiert, ist die Bombe ein Bumerang. Sie beschädigt das System der Massstäbe, die moralische Kohärenz und das kollektive Gefühl für Würde des militärischen Siegers. Wir Budapester Studenten haben 1956 für die in Panzern dahergekommenen sowjetischen Soldaten auf Flugblättern jenes Marx-Zitat vervielfältigt, wonach ein Volk nicht frei sein kann, das andere Völker unterdrückt. Schon im vergangenen Jahrhundert hat der Krieg erst gegen die kaukasischen Völker und dann gegen die Polen dem russischen Selbstbewusstsein nicht gut getan. Der militärische Erfolg, der sich nicht auf das Feld der Politik ausdehnt, verursacht, hernach in Kenntnis der Wirklichkeit, ohne die Überzeugung, richtig gehandelt zu haben, eine mit Werteverwirrungen einhergehende kollektive Neurose. Wem die körperliche und seelische Unversehrtheit der Familien sowohl in den Moskauer als auch in den Grossnier-Wohnungen tatsächlich am Herzen liegt, der muss den mühsamen Dialog zwischen verantwortlichen Russen und Tschetschenen verlangen. Unterstützen wir diese Forderung durch die These, dass wir ein Recht auf einen solchen Anspruch besitzen, weil jeden, ich betone jeden, Personen und Institutionen das Leben seiner Mitmenschen an jedem Punkt der Erde etwas angeht. Global, sagen wir lieber universal, entsprechen der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Indem wir den Menschen guten Willens am Ende des zweiten Jahrtausends auf dieser Erde Friedfertigkeit wünschen, soll ihnen unsere bescheidene Abendsveranstaltung die Botschaft vermitteln, dass es nichts Besseres gibt als Hilfe. Und wenn es das Schicksal mit sich bringen sollte, wenn sie die Möglichkeit dazu haben sollten, dann schützen sie die Opfer und helfen sie ihnen, vor allem den Kindern, die von unseren Fehlern noch frei sind. Wo die Politiker nicht vorankommen, dort können die Hilfsorganisationen etwas erreichen, ist doch selbst ein einziges Menschenleben ein grossartiges Etwas. Durch freundliche Vermittlung von Rupert Neudeck und Kap Anamur leiten wir hier eine Spendenaktion zugunsten der Verwundeten, der Kinder und der darauf angewiesenen Erwachsenen in Tschetschenien ein. Allen, die gekommen sind auf der Bühne und im Zuschauerraum, danke ich für ihr Erscheinen. Ich, wie Ihnen nicht entgangen sein dürfte, habe meine eigenen Gedanken zum Ausdruck gebracht. Tun Sie ein Gleiches. Eine Akademie der Künste kann gerade darin, im Gegensatz zur zeitgenössischen Geschichte, ihre besondere Berufung finden, dass sie persönlichen Sichtweisen Raum gewährt und durch deren Gegenüberstellung die Kunst würdiger Dialoge pflegt. Ich übergebe das Wort an Eckhard Maas. Er ist Gründer und Vorsitzender der Deutsch-Kaukasischen Gesellschaft in Berlin und auch Sänger der Lieder von Bulat Okojava. Zu DDR-Zeiten kannte man ihn vor allem wegen seines literarischen Salons in Pankow, ein Treffpunkt für Dissidenten, Schriftsteller, Liedermacher. In seiner Küche traf sich Ost und West. Applaus Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, Dargene Nohchi, für einen Menschen, der sich sein ganzes Leben lang für eine Verständigung zwischen Ost und West eingesetzt hat und immer betont hat, dass auch der Osten dem Westen etwas zu sagen hat, der die Lieder von Bulat Okojava singt und in dessen literarischem Salon, wie Sie es gerade hörten, fast alle bekannten russischen Schriftsteller zu Gast waren, ist der weitgehende Konsens der russischen Bevölkerung, der russischen Öffentlichkeit zu dem Massaker in Tschetschenien erschreckend. Es ist, als bewege sich Russland rückwärts zu den nationalen, religiösen und imperialen Ideen des 19. Jahrhunderts, der Zeit, in der Tschetschenien blutig kolonialisiert wurde. Es ist, als lebe die Zeit Stalins auf, der am 23. Februar 1944 das gesamte tschetschenische Volk deportieren ließ, wobei 22% von ihnen den Tod fanden. Die von russischen Generälen verkündete Endlösung des tschetschenischen Problems, die auf Vernichtung der Bevölkerung zielenden Bombardements, die Deportation von Flüchtlingen in entlegene Regionen Russlands, die Einrichtung von Konzentrationslagern erwecken Assoziationen zu dem Genozid an den Armeniern am Anfang des Jahrhunderts und letztlich auch zum Holocaust. Woher dieser Hass? Es hat den Anschein, als würde der Unmut der Russen über ihr eigenes Elend, über den Zusammenbruch der ruhmreichen Sowjetunion und die soziale Misere mit einer geschickten Propagandalüge, ich erinnere an den Reichstagsbrand, auf die Tschetschenien gelenkt. Abgesehen von der Revanche für die Niederlage von 1996 und die Revanche für Kosovo, die täglich von russischem Fernsehen betont wird, ist die Hauptursache für diesen Krieg, dass Tschetschenien nach der unteren großen Opfern erkämpften faktischen Unabhängigkeit keine Unterstützung durch die Weltmächte erhielt und mit den Folgen des Ersten Krieges, der die gesamte Infrastruktur des Landes zerstörte und 100.000 Tschetschenien bereits das Leben kostete, alleingelassen wurde. Der neue, noch furchtbarere Versuch Russlands, Tschetschenien und sei es als menschenleeres, kriegverseuchtes Gebiet, in sein Imperium einzugliedern, war vorprogrammiert. Die tschetschenischen Führer haben sich kürzlich in Schali versammelt und ihre eigenen Fehler bekannt. Die Einführung des Schariats, die Erwartung, dass Russland die Verträge erfüllen wird, die Hoffnung auf Unterstützung durch die islamischen Länder, ihre Zerstrittenheit untereinander, statt die Kriminalität zu bekämpfen und so weiter. Heute wissen Sie, dass nur die westlichen Länder in der Lage wären, sie beim Aufbau eines modernen demokratischen Staatswesens zu unterstützen. Deshalb sind Sie hier, um schon jetzt dafür die Kontakte zu knüpfen. Doch noch ist Krieg und etwas anderes, als Ihr Land zu verteidigen, erlaubt Ihnen Ihre Ethik nicht. Es gibt eine alte tschetschenische Legende. Auf der Welt erhob sich ein gewaltiger Wind. Er war so stark, dass er die Berge einebnete und die Meere austrocknete. Allein ein Wolf stemmte sich auf seinen vier Beinen gegen den Wind. Er stand allein und widersetzte sich dem Sturm, so lange, bis ihm von den Füßen bis zum Kopf das Fell in Fetzen davonflog. Und er erkannte, wie stark er eigentlich war. Ich spreche zu Ihnen als ein Mensch, der Tschetschenien mehrfach bereist hat und in Tschetschenien wunderbare Menschen gefunden hat, Freunde gefunden hat und der sich vorstellen kann, dass nur der Blick von dort aus der Position der Opfer vielleicht das Ausmaß der humanitären und auch der ökologischen Katastrophe, die diesen Krieg begleitet, begreifbar macht. Ich denke, dass wir alles dafür tun müssen, diesen Krieg anzuhalten und eine Form finden müssen, die einen Kompromiss darstellt zwischen Selbstständigkeit und Zugehörigkeit zu Russland. Und in einem künftigen, vielleicht neuen Friedensabkommens müsste ein Passus nicht nur formuliert, sondern auch durchgesetzt werden, dass Tschetschenien das Recht hat, eigene, direkte Kontakte mit Politikern und auch mit humanitären Organisationen im Ausland zu knüpfen. Denn in diesen drei Jahren nach dem Ersten Krieg sind alle humanitären Probleme, alle Versuche, den Tschetschenien zu helfen, leider an Russland gescheitert. Und ich weiß von einem eigenen kleinen Projekt der Ausbildung von vier tschetschenischen Minenräumern, die auf einen solchen harten Protest des russischen Außenministeriums schließen, dass auch das deutsche auswärtige Amt dann sich doch zurückhaltend verhielt und sagt, wir können zurzeit das Projekt nicht fortsetzen. Wir müssen etwas tun und dazu sind wir hier und dazu rufen wir alle auf. Dankeschön. Applaus Schönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen sein kann mit all den Gästen hier bei uns auf dem Podium. Ich freue mich auch, dass ich mit Ihnen zusammen sein kann. Wir haben uns vorgestellt, dass wir die Diskussion so führen, dass wir etwa eine Stunde hier versuchen, auf dem Podium ein bisschen tiefer hinein zu gelangen und zu versuchen, und zu verstehen, das ist, glaube ich, meine Aufgabe hier, zu dem Prozess beizutragen, was auf beiden Seiten passiert und vielleicht auch, welche Lösungswege es geben könnte. Wenn die Diskussion gut läuft, kriegen wir vielleicht da auch einen Hinweis. Wir haben auch gedacht, dass wir nach einer Stunde etwa für Sie die Möglichkeit eröffnen, Fragen zu stellen. Es gibt zwei Mikrofone, die sehe ich zwar im Augenblick noch nicht, aber die wird es dann ergeben. Das ist wichtig für die Dolmetscherinnen. und unsere russisch sprechenden Gäste, dass Sie das dann auch verstehen. Ich freue mich auch, weil ich schon im Publikum gesehen habe, dass eine ganze Reihe sehr informierter Kollegen in dem Fall hier sind, die möglicherweise auch aus ihrer Sicht noch Informationen beitragen können, was die Lage in Tschetschenien, in Ingushetien und auch in Russland angeht. Die Kollegen würde ich dann auch sehr herzlich bitten, einfach mit dazu beizutragen, dass wir vielleicht irgendeine Art von handhabbarem Verständnisprozess hier bei uns auslösen können und der uns dann auch ermöglicht, vielleicht dann auch auf die eine oder andere Weise zu handeln. Zu meiner Person, ich bin Korrespondent in Moskau. Ich war in den Jahren 91 bis 95 in Moskau als ARD-Korrespondent, habe Gelegenheit gehabt, aus dem ersten Tschetschenienkrieg schon zu berichten und bin seit knapp zwei Jahren jetzt wieder in Moskau, nachdem ich da in Deutschland gearbeitet habe und habe, dass gemeinsam mit allen Opfern, dass ich nicht bin, aber doch auch jedenfalls ein gewisses Unwohlsein aus dem zweiten Tschetschenienkrieg nun ebenfalls zu berichten. Natürlich habe ich wie alle die Hoffnung gehabt, dass der erste, dass es das dann war und dass man einen anderen Weg findet, das war leider nicht der Fall. Der zweite ist, und ich denke, wir werden das versuchen auch ein bisschen herauszuarbeiten, um vieles fürchterlicher, als es der erste Tschetschenienkrieg war und auch der war schon ein entsetzlicher Krieg. Ich bin gebeten worden, den Informationsstand, den ich habe, ich war in den letzten zwei Monaten dreimal insgesamt im Krisen und zum Teil auch im Kriegsgebiet, habe versucht darüber zu berichten, auch in der ARD, aber nochmal zusammenfassend, nur in einigen Schlagworten, das Elend der Flüchtlinge ist empörend, man kann es nicht anders sagen, es war zu unterschiedlichen Phasen unterschiedlich empörend, aber es war von Anfang an empörend, vor allem dann, als die Hauptroute geschlossen worden ist, am sogenannten Kafkas 1, am Kontrollpunkt Kaukasus 1, das war die Hauptroute aus Grosnähe heraus, nach Ingogetien, für Frauen und Kinder im Wesentlichen und für alte Menschen, um diesem Krieg zu entkommen. Diese Straße ist dann geschlossen worden, übrigens auch für die Presse. Das heißt, man wollte, so ist das aus meiner Sicht nur zu interpretieren, natürlich keine Zeugen mehr haben, keine, in dem Fall, was das Fernsehen angeht, keine Bilder mehr haben, keine schreibenden Kollegen, die dort Informationen sammeln konnten, um sie weiterzugeben. Ab da war es auch für die Journalisten lebensgefährlich zu versuchen, diese Informationssperre zu öffnen. Es war eine fürchterliche Situation, insbesondere auf der tschetschenischen Seite dieses Kontrollpunktes haben sich hunderte von Frauen und Kindern versammelt und wollten durch. Aber die russische Armee hat das, ich kann das nicht anders sagen, auf eine sehr erbarmungslose Weise nicht ermöglicht. Es ist dann nach einer knappen Woche ermöglicht worden, allerdings mit einer äußerst langsamen Abfertigung auf der anderen Seite, also auf der tschetschenischen Seite, sind Menschen gestorben, die es nicht mehr geschafft haben, nach Nasran, also in Richtung Nasran, das ist die inkoschädische Hauptstadt, zu kommen, um dort wenigstens nicht beschossen und bombardiert zu werden. Eine vergleichbare Situation habe ich im ersten Tschetschenienkrieg nicht erlebt. Das war in der Tat aus meiner Sicht eine neue Qualität, die es bis dahin nicht gegeben hat. Im ersten Tschetschenienkrieg war es immerhin noch möglich. Es war zum Teil äußerst gefährlich für die zivile Bevölkerung zu fliehen, aber es war jedenfalls auf die eine oder andere Weise noch möglich. Ein zweiter Punkt, den ich noch mal gerne unterstreichen würde, ist die Frage des Waffeneinsatzes, was ich dort gesehen habe, weil die russische Führung gesagt ist, ein Kampf gegen Terroristen. Ich will einfach nur sagen, welche Waffen dort eingesetzt werden. Das sind schwere Raketenwerfer. Graz nennen sich die auf Russisch, die sind in der Lage, 40 Raketen in einer Minute abzuschießen. Und das sind Flächenwaffen, das sind Waffen, die Dörfer umflügen, ganze Sportplätze von dieser Fläche, wenn man das so will. Das sind also in gar keiner Weise Waffen, die auf einzelne Menschen zielen. Das kann gar nicht das strategische Ziel sein, wenn man solche Waffen einsetzt. Schwere Haubitzen, 120 bis 150 Millimeter Geschosse, also auch Vernichtungswaffen, die nicht auf Einzelne gerichtet sind. Die Luftwaffe setzt Bomber SU-25 ein und es werden dort auch Bombenteppiche gelegt, das heißt also Flächenbombardements. Auch das spricht gegen die These. Eine weitere Information, Sie konnten das vielleicht verfolgen, es hat auf dem Marktplatz von Gorsny einen Raketenangriff gegeben. Ich selbst war da nicht an diesem Tag, ich war ganz kurz davor in Gorsny gewesen, aber wir haben sofort Bilder von tschetschenischen Kollegen bekommen. Und danach, und nach Augenzeugenberichten, mit denen ich habe sprechen können, war es ein Angriff auf den Marktplatz von Gorsny, ein gezielter Angriff. Es ist gesagt worden von der russischen Führung, dass dies ein Waffenmarkt gewesen sei. Das ist nicht wahr. Ich kenne diesen Markt ganz gut. Es hat in der Tat die Möglichkeit gegeben, ich habe das einmal gesehen, Kalaschnikows dort auch zu erwerben. Das ist aber überall leider der Fall. Es war aber jedenfalls in der Hauptsache, nach meiner Kenntnis, ein Markt, bei dem die normale Bevölkerung, sofern sie noch das Geld dazu hatte, ihren täglichen Bedarf einkaufen konnte. Dies war also aus meiner Sicht ein Angriff, ein direkter Angriff auf die Zivilbevölkerung. Es war eine Verlautbarung der Regierung, dass Zivilisten dort nicht getroffen worden seien. Das ist nicht wahr. Das war eine Lüge, schlicht und einfach. Der Ministerpräsident Putin sagte zu diesem Ereignis, es habe überhaupt keine militärische Aktivität gegeben. Das hat sich dann im Laufe der folgenden 24 Stunden ein bisschen variiert, aber die Wahrheit ist dort nicht gesagt worden. Vielleicht als letztes eine Parallele, auf die ich einfach nur hinweisen will, bevor ich gerne die Gäste hier vorstellen möchte, ist, dass gerade eben der OSZE-Gipfel in Istanbul war. Das hat mich persönlich erinnert an den OSZE, damals noch KSZE, dann umgetauften OSZE-Gipfel in Budapest, bei dem ich Gelegenheit hatte zu sein. Es ist eine sehr parallele Situation. Dort ist unterschrieben worden, auch die OSZE-Erklärung, die uns alle Mitglieder, jedenfalls alle Staaten verpflichtet, die Menschenrechte einzuhalten, mit Minderheiten entsprechend umzugehen. Es hat zu der Zeit, ich meine sechs oder sieben Tage danach, der erste Tschetschenienkrieg begonnen. Wir haben in Istanbul im Grunde genommen eine spiegelbildliche Situation gehabt, beim OSZE-Gipfel, nur dass der Krieg schon begonnen hat. Es wurde auch alles unterzeichnet. In der Praxis hat es jedenfalls bis zur Stunde nach meiner Kenntnis nichts verändert. Das als faktische Grundlage von meiner Seite her, aber ich bin sicher, dass unsere Gäste da noch sehr viel genauere, möglicherweise bessere oder tiefer gehende Informationen haben. Ich würde deshalb ganz gerne den ersten Gast zu meiner Linken bei uns begrüßen, Sergej Adamowitsch-Kowaljov, ein russischer Menschenrechtler, ein Dissident, ein Mann, der aufrechten Ganges, zehn Jahre Haft, hinter sich gebracht hat, ein Mann, der im letzten Krieg nicht arbeitet. Wir entschuldigen. Wir entschuldigen. Wir entschuldigen, Russi. Ja. Wir entschuldigen. Wir entschuldigen. Wir entschuldigen. Er ist jemand gewesen, der im ersten Tschetschenienkrieg in Grozny als Duma-Abgeordneter, Menschenrechtsbeauftragter gewesen ist, damals noch des russischen Präsidenten, als dort die Bomben fielen. Und ich meine, die Zeit sei es gewesen, die Deutsche Zeitung, die Zeit hat ihn Sakharov von Grozny genannt. So viel vielleicht zur Einführung, Sergej Adamowitsch. Warum ist das denn so, dass wir heute im Gegensatz zum ersten Tschetschenienkrieg praktisch keine Opposition gegen den Krieg in Russland haben? Wie ist das zu erklären? Es ist nicht einfach, das zu erklären. Ich denke, dass es verschiedene Gründe dafür gibt. Der erste ist eine Red der Krieg gegen den Terrorismus, das ist eine Verkaufnahme. Der erste ist eineativos Fluss gegen den Terrorismus, die auf das in der thirteen-Kaufkazienste die eine Verkaufnahme dieser Welt im Nordkaukasie- hace. Diese Krieg im Unterschied zum ersten tschetschenischen Krieg ist gar nicht schlecht vorbereitet. Ich würde sagen, vor allen Dingen in psychologischer Hinsicht. Die gesellschaftliche Atmosphäre einer fast einhelligen Unterstützung der Handlungen der Armee im Nordkaukasus hilft einer Angst, die in der russischen Gesellschaft geschürt worden ist. Diese Angst ist zum Teil berechtigt. Die ständigen Mitteilungen über Verbrechen, die es in Tschetschenien gibt, sind leider auch auf realen Fakten begründet. Leider ist es so, dass die tschetschenische Macht nicht in der Lage gewesen ist und zum Teil auch nicht wollte, die blutige Handel, also der Handel von Geiseln, also der Handel mit Geiseln und mit ihrem Lösegeld. Wir wissen, dass die Zahl der Geiseln zum Teil zeitweise bis zu 1000 Menschen betrug. Der zweite Punkt ist, dass in Tschetschenien ein System der Rechtsprechung eingeführt wurde, das mittelalterliche Barbarei wieder einführte. Es gibt körperliche Züchtigungen unter den Strafen bei kriminellen Handlungen, wird vorgesehen, dass Abhacken von Händen und Beinen und Füßen in der zentralen Platz von Grozny konnten die Zukunft des Landes, die kleinen Kinder sehen, wie die Macht Verbrecher tötet. Ich meine öffentliche Erschießungen in Grozny. Diese Information hat in der russischen Gesellschaft vielleicht, so kann man so sagen, eine Atmosphäre der Entrüstung und der Angst geschürt. Und hinzugefügt, es fiel es noch durch die Eindringen von militärischen Kräften aus Tschetschenien nach Dagestan. Ich bin Ende dieses Krieges in Dagestan gewesen und ich kann bezeugen, dass die Bevölkerung von Dagestan in keinster Weise die bewaffneten Tschetschenien begrüßt hat, die da ihr Territorium betreten haben. Dieses Eindringen ist als Beleidigung gefunden worden und mit Entrüstung aufgenommen worden. Ich habe vielfach in Dagestan gehört, wie dagestanische Bewohner, Einwohner während des Ersten Krieges gesagt haben, wir haben während des Ersten Krieges die russischen Truppen, die bewaffneten Truppen durch unser Land nicht hindurchgelassen nach Tschetschenien. Während des Ersten Krieges haben wir 10.000 Flüchtlinge aus Tschetschenien aufgenommen. Und das ist der Preis für unsere Position während des Ersten Tschetschenischen Krieges. Und dann gab es die Bombenexplosionen in Moskau und in anderen Großstädten. Diese Bombenexplosionen sind geschickt benutzt worden durch die offizielle russische Propaganda. Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass diese Explosionen durch Tschetschenien durchgeführt worden sind oder überhaupt eine sogenannte kafkasische Spur aufweisen. Es gibt auch eine andere Version dieser Explosionen durch die Spezialeinheiten des russischen Staates organisiert worden. Ich möchte an diese Version eigentlich gar nicht glauben, aber es gibt sie, obwohl sie genauso wie auch die tschetschenische Version keine Beweise hat. Aber das ist eine Frage, was die Untersuchung angeht. Dann müssten beide Versionen sehr genau und unabhängig untersucht werden. Aber wenn man nicht sagen kann, wer die Häuser in die Luft gesprengt hat in den Städten, in den russischen Städten, dann kann ich nur sagen, voller Überzeugung, wer diese Explosionen in seinen schlechten Zielen benutzt. Das ist die föderale Regierung Russlands. Also in dieser Weise ist die Atmosphäre der Angst benutzt worden und wird benutzt, um diesen einen Krieg auszugeben als Kampf gegen den Terrorismus und eben diese Unzufriedenheit der Bevölkerung auszunutzen. Mehr noch, um auch andere politische Vorteile aus der Lage zu ziehen, die keinerlei Gemeinsames mit Nordkaukasus haben, um zum Beispiel Russland zurückzubringen zu einer Epoche der festen Hand. Wir haben also schon ein ganzes Panorama von Gründen aufgeblättert, auf die wir im Einzelnen, auch auf die Rolle der Medien, der Presse noch einmal eingehen werden. Zu meiner Rechten sitzen zwei Gäste aus Tschetschenien, die beide auf der OSZE-Konferenz auch in Istanbul waren, um die Interessen Tschetschiniens dort zu vertreten. Zu meiner unmittelbaren Rechten Hassan Atayef, er ist stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsrats von Ichkiria, er ist auch Berater des tschetschenischen Außenministers. Was sind Ihre letzten Informationen aus Tschetschenien? Was ist der jüngste Kakbaz-Liden-Information? Guten Abend. Ich bin Parlamentsabgeordneter. Wenn man von den letzten Ereignissen spricht in Tschetschenien, so unterscheiden Sie sich nicht von dem, wie es vor einer Woche aussah, vor einem Monat oder vor drei Jahren. Sie unterscheiden sich allerdings durch die Brutalität der Vernichtung der Zivilbevölkerung und in der Hinsicht, dass die Waffen, die angewendet sind, anders sind. Das heißt, es wird bombardiert, es wird die Zivilbevölkerung bombardiert, es werden die Flüchtlinge bombardiert, es werden Ortschaften bombardiert, obwohl diese Bevölkerung keinerlei Bezug zu militärischen Aktionen hat. Russland wendet alle Waffenarten an. So sieht das Bild aus, in Kürze gesagt. Können Sie uns etwas sagen aus tschetschenischer Sicht über die Opfer und die Anzahl der Opfer? Nach den letzten Angaben, die natürlich schwer genau zu machen sind, sind ungefähr 5.000 Tote. Nur 70 davon haben Bezug zu Militäroperationen, die anderen, das sind Frauen und Kinder. Hier sitzt Dr. Ramzan Koltemirov, er ist Mitbegründer der grünen Bewegung Tschetscheniens, er ist Mitglied des kaukasischen Rates. Können Sie uns etwas sagen über die ökologischen Auswirkungen des Krieges im Augenblick in Tschetschenien? Guten Abend. Ich möchte mit zwei Worten sagen, etwas zur Meinung, die die russische Presse verbreitet, um das Tschetschenien-Problem herum. Ich halte mich kurz, es gibt die Legende oder die Äußerung bei den Russen, wenn der Bär sein eigenes Kind fressen will, damit er es nicht erkennt, wirft es in den Dreck und dann kann es umbringen. Sie haben verstanden, wovon Sie sprechen. Das heißt, es geht um die ökologische Situation, die sich jetzt auftut, die sich auf die Gesundheit der Bevölkerung auswirkt. Sie wurde 1995 klar. Das sind Erkrankungen, die auf diesem Schema dargestellt sind. Das heißt, eine starke Erhöhung von Krankheiten, und zwar besonders zu Friedenszeiten. Wir sind der Meinung, dass das ein Zeichen dafür ist, dass die russische Regierung ihre Versprechungen nicht eingehalten hat. Das ist das Erste. Und das Zweite, was die Ökologie betrifft, Heute, im Unterschied zum vorigen Krieg, bombardiert Russland mit Raketen alle Objekte. Und zwar nicht nur Objekte der sozialen Infrastruktur, sondern auch Industrieobjekte. Die Objekte, Bodenrekaten, Raketen und so weiter werden eingesetzt, Bodenluftrekaten. In Tschetschenien gab es 30% der gesamten Industrie, ganz Russland. Das alles wird vernichtet. Und diese ganzen Chemiewerke, die Chemiepräparate, die dort konzentriert sind, treten aus, treten in den Äther aus. Und das alles fließt dann zum Kaspischen Meer. Außerdem, nach letzten Angaben, haben wir Informationen darüber, dass beschädigt worden ist, der Hauptwasserleitung von Grozny. Andererseits, ist beschädigt ein Chlor-System. Außerdem wird die Situation noch dadurch kompliziert, dass auf dem Territorium Tschetscheniens eine sehr große Konzentration radioaktiver Abfälle konzentriert ist. So war das schon 1995. Diese radioaktiven Abfälle befinden sich nicht nur in Grozny und in der Republik, sondern es gibt auch eine sehr große Lagerstätte, die befindet sich in Radon. Dort befinden sich 906 Kubikmeter radioaktiver Abfälle. Und wenn die bombardiert wird, dann wird es natürlich eine radioaktive Strahlung austreten, und zwar über das ganze Kaspische Becken. Sie können sich anhand einer Zeitung davon überzeugen, wie kritisch die ökologische Situation ist. Sie kann zu einer Katastrophe des gesamten Kaukasus führen. Sonja Margolina, russische Schriftstellerin, Publizistin, auch Biologin, die seit, ich glaube, zwölf Jahren in Deutschland lebt. Sie haben sie sicherlich schon verfolgt in einer der Zeitungen, für die sie schreibt, sozusagen quer durch die auch politische, wenn man so will, oder politisch akzentuierte Landschaft, was die Zeitungen betrifft. Frau Margolina, wenn man das alles weiß, und es ist ja auch kein Geheimnis, was wir hier jetzt besprochen haben, das wird publiziert, man muss sagen, leider mehr oder fast ausschließlich in den westlichen Medien, jedenfalls zurzeit, und nicht in den führenden russischen Medien. Wie erklären Sie sich denn, dass der Westen bislang letztlich so schwach reagiert hat, auf das, was da geschieht? Können Sie das lauter schalten, das Mikrofon? Grunsch. Hallo? Nein, aber da sollen Sie die in der Kabine... Also ich glaube, dass der Westen seine moralische Kraft im Kosovo aufgebaut hat, hat auch schlechtes Gewissen, und deswegen kann man nicht mehr mit Tschetschenia anfangen, mit diesen Parolen über Menschenrechte. Das funktioniert nicht mehr so gut. Es wird unglaubwürdig. Das haben wir auch in Istanbul gehört. Und sozusagen diese zweite Phase in Kosovo, also dass die Situation eingetreten ist, die nicht dementsprechend etwas versprochen wurde, was eintreten sollte, zum Beispiel dieses Zusammenleben verschiedener Völker, aufhören der Verfolgung nach dem Nationalitätenprinzip, es funktioniert nicht mehr. Und vielleicht fragen sich manche auch, würde da in Tschetschenien anders sein? Und warum? Ist es vielleicht zu weit weg? Das auch, das auch, natürlich. Aber Istimur ist ja noch weiter weg, merkwürdigerweise. Ja, aber Osttimur ist insofern ein schlechtes Beispiel, dass da alle sozusagen gemetzelt zuerst stattgefunden haben, als die UNO zuerst abgezogen wurde, dann hat Gemetzelstab gefahren, dann haben sie eingezogen, als das Militär schon abgezogen war. Ja, aber Russland ist auch Atommacht, das wissen wir auch alle, das ist ja Hintergrund. Also diese Geschichte, dass man gegen Atommacht nicht so machen kann, wie gegen kleine Serbien. Herr Hans-Christoph Buch, ich brauche Sie, glaube ich, in Berlin nicht vorzustellen, als Schriftsteller und politischen, ästhetischen, literaturästhetischen, essayisten und engagierten politischen Staatsbürger, wenn ich das alles mal so sagen darf. Zwei Fragen an Sie. Was ist Ihre Beziehung zu Tschetschenien? Das ist vielleicht möglicherweise hier vielen nicht bekannt. Und das Zweite, dann als Nachfrage, sind wir schon so weit, dass man sagen muss, Menschenrechte in der Gegend, Tschetschenien aus welchen Gründen auch immer, spielen keine Rolle? Und anderswo spielen sie eine Rolle? Und wie unterscheidet man das? Ich war zweimal in Tschetschenien. Können Sie mich hören? Geht das Mikrofon, ja? 1995 und 1996 während des sogenannten Ersten Krieges, einmal für die Wochenpost, einmal für die Zeit. Und was mich schockiert hat, war nicht so sehr die Zerstörung, die mit jeder Welle des Krieges, der über Tschetschenien hinweg ging, schlimmer wurde und inzwischen nun einen Grad erreicht hat, der wirklich die Vorstellungskraft übersteigt. Es wurden ja bereits zerstörte Städte immer wieder neu zerstört. Das habe ich schon 1996 gesehen, als Krosny in Ruinen lag. Aber für mich war eigentlich das Traurigste, die Rückkehr nach Deutschland und die Indifferenz der öffentlichen Meinung, ja sogar meiner politischen Freunde, gegenüber diesen Vorgängen. Im Vergleich zu den Menschenmengen, die gegen den Kosovo oder den Golfkrieg auf die Straße gingen, war das eine verschwindend kleine Minderheit, die sich für Tschetschenien interessierte. Und der Gipfel der Absurdität war für mich erreicht vor wenigen Wochen, als die Beweise sich verdichteten, dass dort ein Völkermord stattfand, dessen Folgen zumindest jeden Abend im Fernsehen zu sehen waren. Währenddessen beschäftigte sich die deutsche Öffentlichkeit mit der geplanten Lieferung eines einzigen Panzers an die Türkei. Diese Lieferung eines einzigen Panzers an die Türkei hat mehr Empörung ausgelöst bei Parteien in der öffentlichen Meinung in Deutschland, als der Völkermord, der dort täglich fortgesetzt wurde. Offenbar wog dieser eine Panzer schwerer als die Tausende von Panzer, Artilleriegeschützen, Raketen, die gegen Tschetschenien im Einsatz sind. Das ist die Absurdität, die mich beschäftigt. Ich kann mir übrigens nicht erklären, vielleicht wirkt hier noch eine deutsch-sowjetische Freundschaft nach, die es ja nicht nur in Ostdeutschland gab, wo sie verordnet war, sondern die auch im Westen ihre Anhänger hatte, bis hinein in die konservativen Parteien. Man will Russland nicht wehtun. Dazu kommt das merkwürdige Argument, wenn man protestiert, macht man alles schlimmer, was ich bestreite, denn das Schlimmste ist schon längst erreicht. Sowohl was den inneren Zustand Russlands betrifft, wie auch die Auswirkungen dieser inneren Zerrüttung, dieses Riesenreiches auf ein kleines, wehrloses Nachbarland wie Tschetschenien. Das Schlimmste ist erreicht und Proteste sind nötig. Nun könnte man sagen, in Istanbul wurde Stellung bezogen, Schröder und Joschka Fischer haben vehement protestiert. Gut, das ist ein Anfang, aber es ist nicht sehr viel, denn ich habe den Verdacht schon lange, dass alle diese Reden mehr zur Ruhigstellung der öffentlichen Meinung bestimmt sind, als zur Beendigung des Krieges. Das heißt, wir leben in einer Mediendemokratie, wo die Erklärungen der Politiker erstmal an die Adresse der Medien und der Öffentlichkeit gehen. Und der Wille, diesen Krieg zu beenden, scheint mir nicht stark genug. Man tut so, als wäre da alles Menschenmögliche getan, aber es wird nicht alles Menschenmögliche getan. Man sieht es am Resultat, es wurde ein Papier unterschrieben, das schon am nächsten Tag von der russischen Seite für wertlos erklärt wurde. Der Krieg geht weiter, die Vertreibung, die Bombardierung geht weiter und in diesem Sinne ist die deutsche Öffentlichkeit nach wie vor ignorant, wobei ich glaube, dass es nicht einfach ein unschuldiges Nichtwissen ist, sondern ein gewolltes, ein aktives, fast ein aggressives Nichtwissen wollen. Ich würde ganz gerne, ich denke, dass wir da nachher noch mal darauf zurückkommen, was ist zu tun, wenn wir noch ein bisschen in den Fakten versucht haben, uns hinein zu vertiefen und zu fragen, noch mal, was auch mein Interesse, auch Journalistisches Interesse ist, wie kam es zu diesem zweiten tschetschenischen Krieg? Dann werden wir fragen müssen, wie kam es zu dem ersten? Und vielleicht hat das doch noch einen größeren historischen Hintergrund. Sergej Kowaljow hat zu Recht gesagt, meines Erachtens, und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, der Überfall in Dagestan, Sie werden sich erinnern, gegen Ende August, angeführt von Shamil, das war Dagestan, der Bodliske Region, der Bälle, Dagestan, am 24, 25. August begann das. Wie ist das zu verstehen? Frage an meine beiden tschetschenischen Gäste. Der Übergang über die Grenze durch den Feldkommandeur Basayev und auch Khattab, wir haben die dort auch gedreht, deshalb kann ich das auch aus persönlichem Erfahren sagen. Wie ist das aus Ihrer Sicht zu verstehen? Bestätigen kann ich auch, wie Sergej Kowaljow auch, dass die dagestanischen Dorfbewohner in Ansaltar beispielsweise, also den Dörfern, die unmittelbar davon betroffen waren, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken, alles andere als erfreut waren. Sie waren dagegen, dass die tschetschenischen, in dem Fall Basayevschen und Khattabschen Kämpfer dort eindringen. Wie verstehen Sie das? Wie konnte das geschehen? Was ist der Hintergrund? Meiner Meinung nach sieht das Bild ein bisschen anders aus. Wir wissen mit Sicherheit und wir sind davon überzeugt, dass die Information, die um die ganze Welt geht, dass das eine verzerrte Information ist. Erstens, es gab keinen Überfall auf Degas Dagestan. Das ist schon eine Erfindung. Es hat keinen Angriff auf Dagestan gegeben. Unserer Meinung ist folgendes passiert in Dagestan. Ich kann das nicht als ein Auflackern einer national befreienen Bewegung bezeichnen, aber ich möchte doch Folgendes sagen, dass es doch dabei eine Rolle gespielt hat. Die gesammelten Kräfte waren aus Dagestan zusammengesetzt. Das heißt, von einem Leiter der dagestanischen Befreiungsbewegung. Das ist ein sehr, im Kaukasus sehr bekannter Anführer. Russland hat geschwiegen, als diese Kämpfe weitergeführt wurden, zwei, drei Wochen. Und diese Kämpfe haben nicht dann angefangen und auch nicht dann aufgehört, als Russland darüber informiert hat, sondern da als die dagestanischen Nachbarn als Freiwillige. Und ich möchte betonen, als Freiwillige und unser Staat, unser Staat hat dazu keine Beziehung, sondern es sind Freiwillige gewesen. Wie man da hinkommt, das ist ganz einfach. Das ist eine ganz durchsichtige Grenze. Es gibt dort keinerlei Zäune, keinerlei Befestigungen. Das waren Freiwillige. Und Sie können sich vielleicht erinnern an die letzten Ereignisse in Bosnien und Herzegowina und in Sarajevo, als Freiwillige und Söldner teilgenommen haben an Kämpfen in der Herzegowina. Warum darf Basayev nicht genauso anführen, Freiwillige, wenn er das mit seinem Gewissen vereinfahren kann, wenn man ihn zu Hilfe ruft. Die Republik Ichkeria, die tschetschenische Republik, hat keinerlei Bezug dazu, hat nichts damit zu tun. Das war nur ein Vorwand, um uns das in die Schuhe zu schieben. Ich bin gegen den Terminus Angriff auf Dachlan. Ich darf klar unterhalten. Meine Version unterscheidet sich von Ihrer. Ist es denn möglich, wenn ein bekannter tschetschenischer Feldkommandeur, wie Basayev das ist, ein bekannter tschetschenischer Feldkommandeur, der in Opposition, in Teilen auch zu Maschadov, meiner Kenntnis nach stand, über die Grenze kommt, dort gesehen wurde, gefilmt wurde, nicht nur von unseren Teams, sondern auch von anderen, dass dann ein tschetschenischer Staat sagen kann, das hat mit uns nichts zu tun. Wenn der sozusagen freiwillig, mit Freiwilligen aus Dagestan, kann man möglicherweise auch darüber streiten, aber nun nehmen wir das mal so hin, dort in kriegerische Handlungen eintritt, kann man das dann wirklich sagen, dass wir sagen, der wohnt zwar bei uns in Tschetschenien, aber wenn der da Freiwillige anführt zu kriegerischen Handlungen, hat das mit uns nichts zu tun. Ist das wirklich denkbar für einen Staat? Der Präsident Maschadov hat für die ganze Welt erklärt, dass er diese Aktion verurteilt in Dagestan. Das ist das Erste. Wir verurteilen das. Und wir werden unsererseits alle Maßnahmen ergreifen, die wir ergreifen können. Das ist das Erste. Und wir werden alles Mögliche tun, damit dieser Konflikt sich nicht verschärft. Aber ein unabhängiger Staat möchte nämlich nicht in neue kriegerische Abenteuer gestürzt werden. Das ist das Erste, was ich dazu sagen muss. Der zweite Umstand. Wir haben das ja verurteilt, diese Ereignisse und die Beteiligung daran. Wir wussten, dass das zu einem negativen Ergebnis führen wird und dass unsere Macht damit in Misskredit kommt und dass das zum Vorwand genommen werden wird, um das anzuzetteln, was jetzt läuft. Wir verurteilen das. Wir unterstützen das nicht. Wir tun alles, was wir können. Hans-Christoph. ... kritisiert haben, Mitglieder der Regierung, denen das sehr unangenehm war, die genau diese Linie bekämpften. Da kommt noch hinzu, der Streit um die Scharia. Aber alle diese Differenzierungen innerhalb Schetschiniens sind jetzt plattgewalzt durch den russischen Angriff. Das heißt, die Hoffnung, dass sich eine Zivilgesellschaft herausbildet gegen solche Scharfmacher, die muss man mit begraben, denn als Ergebnis dieses Krieges werden die extremen Kräfte Auftrieb bekommen. Und das ist leider auch die Schuld des russischen Militärs. Sergej Koroljow, die Zeit zwischen den beiden Kriegen, Sie merken, ich versuche einfach, so ein bisschen schrittweise vorzugehen, um uns zu öffnen, was da eigentlich passiert. Wie würden Sie die Zeit aus Ihrer Sicht nach dem Abkommen von Kasa Wirt, das ja den ersten tschetschenischen Krieg beschlossen hat, charakterisieren? Wie war der Zustand aus Ihrer Sicht in der Nachbarprovinz Dagestan und im tschetschenischen Staat selbst? Hallo? Ich höre nichts. Das ist nicht zu hören. Ja, so geht. Nein. Nein. Nur das ist das andere Mikrofon, das jetzt nicht arbeitet. Vielleicht sollte ich lauter reden. Jetzt geht es wieder. Ich wiederhole, unsere Diskussion entwickelt sich etwas seltsam. Mir scheint, dass es keinerlei Gründe dafür gibt, daran zu zweifeln, dass aus Tschetschenien ein Überfall, ein Eindringen nach Dagestan stattgefunden hat. Ich spreche darüber nicht aufgrund von in der Tat nicht sehr wahrhaften russischen Presse und schon gar nicht sozusagen der Lügeninformationen der offiziellen Kanäle. Ich war einfach in Dagestan und ich weiß, dass es keinerlei dagestanische Freiwillige gegeben hat, dort vielleicht mit Ausnahme einiger Einzelner. sozusagen einzelner Dagestaner Extremisten Dagestanische, die in der Tat Dagestan schon vor langer Zeit verlassen haben und nach Tschetschenien übergewechselt sind. Die Mehrzahl derer, die nach Dagestan eingedrungen sind an bewaffneten Menschen, waren schetschenische Kämpfer. Ja, in der Tat Basaev war in dieser Zeit formell nicht im Besitz, also nicht, hatte keine politischen Ämter, aber er war Brigadegeneral im Übrigen. Aber es geht eigentlich gar nicht darum, das Wesen der gegenwärtigen furchtbaren Situation besteht nicht darum, zu klären, wer Schuld hat, wer den Hauptschuld trägt, den Dagestan, sondern es geht darum, zu klären, was passiert eigentlich gegenwärtig. Gegenwärtig ist die russische föderale Regierung und benutzt einen Vorwand, nur einen Vorwand, ich unterstreiche das, des Kampfes gegen den Terrorismus und führt einen furchtbaren Vernichtungskrieg. Anders kann man in Berg Tschetschenien gar nicht kämpfen. Militärfeldzüge sind anders zum Scheitern verurteilt, denn in Tschetschenien gibt es einen Partisanenkrieg, man wird einen Partisanenkrieg führen und der ist nicht zu gewinnen. Die russischen Generäle führen einen Vernichtungskrieg und wollen alle Städte und Siedlungen vernichten. Anders kann man gegen Tschetschenien nicht kämpfen, ich wiederhole. Die russische Regierung hat weit gesteckte Ziele, die sich in keinster Weise nur mit Nordkaukasus beschränken lassen. Nordkaukasus ist nur das blutigste Terrain, wo die gegenwärtige russische politische Evolution weiterentwickelt wird. Dieses Bestreben, sich zurückzukehrend zu einer totalitären Ordnung, einer Ordnung, die eine feste Hand voraussetzt und es ist die Lüge, die von Seiten des offiziellen Moskaus kommt, hat die Bedeutung nicht nur für Nordkaukasus und nicht nur für uns in Moskau, sondern sie hat eine große Bedeutung und trägt eine Gefahr in sich, auch hier für das Zentrum Europas, sie hat einen globalen Charakter, denn wenn Russland sich sozusagen rückentwickelt, dann wird das sehr furchtbare Folgen in der ganzen Welt haben. Es muss darum gehen, auch darüber zu sprechen, was die Reaktion eigentlich, was für eine Reaktion eigentlich der Westen zeigt. Ich meine jetzt nicht die Öffentlichkeit, die westliche. Im Übrigen während des ersten Tschetschenischen Krieges war die westliche Öffentlichkeit so reagiert, wie eine kulturvolle Gesellschaft auch zu reagieren hat, im Unterschied im Übrigen zu den politischen Führern des Westens. Sie haben damals die Reputation von Yeltsin geschont und haben das tschetschenische Blutvergießen 1995, 1996 sehr lasch behandelt und jetzt sind die politischen Führer im Westen etwas anders eingestellt. Ich denke allerdings, dass der Druck auf mein Land sehr wichtig ist, dass dieser Druck zu gering ist. Ich denke, dass der Druck sowohl auf Russland als auch auf Tschetschenien ausgeübt werden muss. Natürlich darf man nicht verlangen, den Krieg zu beenden. Sie hat es nicht begonnen. Unabhängig von dieser Aggression nach Dagestan. Tschetschenien hat keinen Krieg gegen Russland begonnen. Der Druck auf Tschetschenien muss ganz andere Aufgaben verfolgen. Die Weltgemeinschaft darf es sich nicht erlauben, in ihrer Gemeinschaft ein Land aufzunehmen, wo die Macht nicht im Stande ist, sich mit dem blutigen Business mit dem fertig zu werden. Man darf uns auch keine Märchen erzählen. Die gesamte Tschetschenien, auch die tschetschenische Macht eingeschlossen, auch Maskadov eingeschlossen, weiß sehr genau, wer Geld verdient mit solchen Geisen, wer sie folgt. Wer das nicht weiß, kann ich auch Namen nennen, auch Namen der führende Kapitalist ist Baraev, der mit diesem Bluthandel Geld verdient. Das ist ein allgemein bekannter Name und keinerlei offizielle Organe und Stellen Tschetscheniens haben bisher irgendetwas gegen ihn unternommen. Die Weltgemeinschaft darf nicht keinen Druck ausüben oder muss Druck ausüben auf ein Land, dass solche mittelalterliche barbarische Methoden Strafen und Methoden anwendet. Das darf sich die Weltgemeinschaft nicht erlauben. Das ist die Linie des Druckes auf Tschetschenien, wobei ich denke, dass es in Tschetschenien Intellektuelle gibt und Kräfte gibt, die wichtige Partner wären, produktive Weltgemeinschaft. Wir sind eigentlich mit dem ersten Teil ... Was Sergej Kowaljow in sehr beeindruckender Weise gesagt hat, dann wahrscheinlich schon am Ende. Ich würde es am Ende gerne noch mal aufgreifen, was denn tun, damit das endet. Ich glaube nur, dass wir noch ein Stück auch hinein müssen in die Fakten, beispielsweise, wenn Sergej Kowaljow sagt, es muss Druck auf Tschetschenien ausgeübt werden. War es denn, so schildert er das, ist es auch in Teilen meine eigene Wahrnehmung aus mehreren Besuchen dort, für den amtierenden Präsidenten Masradov gar nicht mehr möglich, bestimmte Fraktionskämpfe, Differenzen unter den Feldkommandeuren zum einen zu schlichten, war sein Einfluss zu gering und hat das nicht dazu beigetragen, dass solche Phänomene wie Entführungen, auch das weiß jeder Journalist, der da arbeitet, Ausländische insbesondere, dass das äußerst gefährlich ist, dass man ganz bestimmte Maßnahmen ergreifen muss, um nicht gesehen zu werden, wer immer das nun genau ist, der Entführungen vornimmt, aber es zeigt doch, oder Frage an Sie, zeigt das nicht eine gewisse Schwäche des amtierenden Präsidenten und ist das nicht auch mit ein Beitrag, dass wir jetzt in einer so desolaten Lage sind. Ich will durchaus auch selbst unterstreichen, was Sergej Kowaljev über das Vorgehen der russischen Führung gesagt hat, das ist in meinen Augen auch so, aber ist das nicht auch ein Faktor, weil er sagt, auf Tschetschenien Druck ausüben. Ich habe heute eine schwierige Rolle, weil wir müssen ständig rechtfertigen, weil die Weltgemeinschaft sich sehr irrt und deswegen bin ich in einer sehr schwierigen Rolle und deswegen kommen solche fürchterlichen Beschuldigungen vor, wie zum Beispiel auch die gegen Dagestan. Trotzdem möchte ich meine Position darstellen, wie ist diese Situation in der Tschetschenischen Republik entstanden, wo ist der Grund und wo sind die Folgen. Wahrscheinlich erinnern sich daran und wenn nicht, dann werde ich Sie daran erinnern, dass noch zu Beginn der Tschetschenischen Republik, als es noch den früheren Präsidenten gab, als die Republik Tschetschenien ausgerufen wurde, als unabhängiger demokratischer Staat, wie hat sich die Situation damals entwickelt. Die Tschetschenische Republik hat damals ihre demokratischen Fähigkeiten gezeigt. Zum Beispiel war Tschetschenien die einzige territoriale Einheit in der Russischen Föderation und als sie dann ihre Unabhängigkeit erklärt hat, hat der Präsident Dudayev gezeigt, der ganzen Welt, ein Beispiel für demokratische Führung. Er hat der Ingushetischen Republik erlaubt, ihre Selbstbestimmung für sich selbst zu entscheiden, weil wir ein gemeinsames Volk sind und die Ingushische Sprache ist einfach ein Dialekt der Tschetschenischen Sprache und wir haben eine ähnliche Mentalität und trotzdem als es eine Ingushetische Bewegung gegeben hat, die die Unabhängigkeit wollte, hat Dudayev sie zugelassen. Das ist das eine Beispiel. Das zweite Beispiel, wir haben Ingushetje nicht den Krieg erklärt, wie Russland das mit uns seit mehreren Jahren macht, das zweite nach der Beendigung des damaligen Krieges, wir haben wieder den demokratischen Weg fortgesetzt, es wurde ein Parlament gewählt, es haben Wahlen stattgefunden unter Beobachtung internationaler Beobachter und der Beobachter der OSZE, die demokratische Durchführung dieser Wahlen ist anerkannt worden von der OSZE. Beobachters 48 Staaten 72 Vertreter waren da. Das wurde vor kurzem in Istanbul auch erwähnt. Danach haben wir Machtstrukturen entwickelt, so, dass alle nationalen Minderheiten, die auf dem Territorium unserer Republik leben, ihre eigenen Vertretungsorgane haben können. So haben wir einzelne nationale Kreise geschaffen, wo zum Beispiel die Komeken wohnen, obwohl nur 6000 Menschen in Tschetschenien leben, haben wir so einen Kreis geschaffen. Genauso für die Nagaizen haben wir auch einen Kreis geschaffen und Vertretungsorganisationen, die außerdem in geringerem Maß aber auch wo die Minderheit wo andere Minderheiten als Tschetschenzen leben, werden diese Vertreter von diesen Minderheiten zu Präfekten ernannt, obwohl sie in der Minderheit sind. Das sind aber nach diesen demokratischen Wahlen, nach einem solchen Krieg, nach solchen Verlusten, wo die ganze Infrastruktur vernichtet ist, wo alle möglichen politischen und administrativen Probleme und so weiter, da scheint es doch vielleicht für die ganze Schein mir, dass als erstes die russische Föderation mit uns zusammen arbeiten müsste. Das haben wir, darauf haben wir gehofft und das war unser Fehler, dass wir darauf gehofft haben. Wir haben einen Vertrag mit der russischen Föderation geschlossen über die nächsten politischen Entwicklungswege. Wir haben mit Dudaev, mit der russischen Föderation diesen Vertrag geschlossen und in der Situation, als die gesamte Weltöffentlichkeit sich von uns abgewandt hat, in erster Linie Russland und keinerlei Verpflichtungen ausgelöst hat, und alles um uns herum zerstört ist, wo es keine Wohnung gibt, da sagen dann einige Staaten aus ideologischen Gründen, da kritisieren sie dann den Khattab und so weiter, da sind Staaten dann aufgetreten, die bestimmte Interessen im Kaukasus haben, im Unterschied zu dem demokratischen Westen haben die nicht gepennt, die haben bestimmte Gruppen finanziert religiose Gruppen und so weiter, haben ihnen Geld zugeschustert, sie haben sie vielleicht sogar mit Waffen versorgt, das ist auch möglich und mit anderen Dingen. Auch die Aufklärung Russlands hat eine Riesenarbeit geleistet und deswegen hat unsere Macht enorme Probleme bekommen und unsere Schuld liegt nur darin, dass wir dem nicht haben Widerstand leisten können und zwar als erstes haben wir uns nicht wehren können gegen die Geheimdienste der ganzen Welt, das ist das Wichtigste. Die Geheimdienste, die ihr eigenes Spiel gespielt haben, ihre auf eine bestimmte geopolitische Karte gesetzt haben. Das ist eine Vielfalt von Problemen. Natürlich gibt es auch Schuld von unserer Seite, aber ich möchte einfach mal fragen, wir werden beschuldigt, dass man uns die Hand und den Fuß abschneiden kann, dass es ein blutiges Business bei uns gibt. Wie viele Hände sind abgeschlagen worden. Wissen Sie, auch nur von einem Beispiel solcher abgehackten Hände, stimmt das überhaupt? Jawohl, die Kriminalität ist gewachsen, das ist ein Problem. Jawohl, das stimmt. Und verschiedene extremistische und religiose Gruppen nutzen diese Situation aus und die Macht schafft es nicht, damit fertig zu werden. Jawohl, und das gefährdet die demokratische Entwicklung natürlich. Und wir mussten etwas unternehmen, um diesen Prozess aufzuhalten. Was er sagt, kann man auch bestätigen, festmachen, dass hier eine ganze Menge Interessen im Spiel sind, sicher auch geopolitisch, da sollten wir jetzt glaube ich kurz drauf kommen, aber es gibt in der Tat und gab im russischen Fernsehen auf zwei Sendern gezeigt, ein sogenanntes Video, in dem Szenen, Hinrichtungsszenen, Folterungen in empörender Weise gezeigt worden sind. Und das ist dann auch benutzt worden, nicht um Zusammenhänge aufzuklären, sondern um Propaganda anzuschieben, ganz sicher als emotionales Mittel und nicht um sozusagen aufzuklären, sondern um Vorurteile zu schüren und sicherlich auch Kriegsstimmung zu machen, das ist richtig. Trotzdem nochmal die Frage, Sonja Margolina, Hans-Christoph Buch und Sergej Kowaljow, was wird er sehen? Und er hat ja gerade auch darauf hingewiesen, zum Beginn der Unabhängigkeitsbewegung, als Boris Yeltsin ja auch sagte, 1991, unter anderem zu Dudayev, wenn ich mich recht erinnere, nehmt euch so viel Unabhängigkeit, wie er braucht, weil er selbst aus der Sowjetunion ausgestiegen ist und die russische Föderation als Staat gegründet. Ist das, was wir da sehen, Frau Margolina und Hans-Christoph Buch, ein Dekolonialisierungsprozess, ein weitergehender, also sozusagen ein weitergehender, im Grunde die konsequente Fortsetzung des Zerfalls der Sowjetunion und das hätte ja im Kaukasus ja auch eine sehr lange Geschichte über einige hundert Jahre. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Das ist gut möglich. Das Problem ist natürlich, dass wir als Zeitgenossen nur über eine kurze Periode beurteilen können und nicht in diese historische Perspektive stellen. Dafür sind wir nicht zu weise und zu sehr betroffen durch unmittelbare Ereignisse, die da stattfinden. Ich wollte noch was anderes sagen. Wenn man vom Druck gleichzeitig auf Russland und auf Tschetschenien redet, gibt es ja ein Problem. Also man weiß zumindest, auch wenn man Druck in Russland ausübt, ob es hilft oder nicht, ob es möglich ist oder nicht, das ist eine andere Sache. Also Tschetschenien ist als der selbstständige Staat nicht anerkannt. Wer wäre dann Subjekt dieses Einflusses? Also wie kann man Druck ausüben? Wenn man aber Tschetschenien als selbstständige Staat anerkannt wird, was ich eigentlich nicht glaube, dass es möglich ist, muss man dann auch anerkennen, dass Tschetschenien auch Scharia hat oder die Gesetze, die sie da akzeptieren und keine Demokratie und keine Zivilgesellschaft. Also was mich stört, das ist immer das Gerede von Demokratie und Zivilgesellschaft, was die Leute dann zwingt, sich zu rechtfertigen ständig. Wenn es nicht klappt, es klappt auch nicht in Kosovo. Wieso muss man das irgendwie so suggerieren, dass da irgendwas entsteht, was aus welchen Gründen auch immer nicht entstehen kann? Hans-Küste, Die Antwort auf Ihre Frage ist ja. Es ist ein gescheiterter Dekolonialisierungsprozess und vielleicht könnten England und Frankreich mal Russland erklären, wie man sowas macht, ohne solches Blutvergießen, obwohl das auch da nicht gewaltlos war. Es ist auch ein gescheiterter Demokratisierungsprozess in Russland selbst und ich möchte und ich möchte mich nicht beteiligen an der Verteufelung der Tschetschenen. Putin bezeichnet sie als Banditen und Terroristen. Ja, es gibt Mafia, es gab Entführungen, es gibt viele schreckliche Dinge dort, die es auch in Albanien gibt oder in Sizilien und auch dort gibt es dann eine Propaganda, die solche Völker insgesamt als Terroristen und Mafiosi diffamiert. Und das finde ich nicht nur unfair, ich finde es auch politisch und historisch falsch, denn wichtiger sind doch die Fakten der Geschichte Tschetscheniens, das jahrhundertelang den Zaren Widerstand leistete, das gesamte Volk wurde von Stalin nach Mittelasien deportiert, das ist der Hintergrund für diesen Konflikt und aus diesem Grund, aufgrund dieser Geschichte nenne ich es einen Dekolonisierungsprozess, Tschetschenien ist genauso wenig eine russische Provinz wie Algerien ein französisches Departement gewesen ist und das hat Frankreich lange genug behauptet als Rechtfertigung des Algerienkriegs. Sonja Margolina hat ja gerade noch eine zweite einigermaßen provokante These in den Raum gestellt, meines Erachtens, es ist ja gar nicht nötig, wie beispielsweise der Westen ja seinen Einsatz und die NATO um es genauer zu sagen in Kosovo begründet hat, wir müssen dort eine multi-ethnische demokratische Gesellschaft schaffen. Diese Begründung, wenn ich Sie recht verstanden habe, ist gar nicht nötig, sondern eine dort sozusagen verwurzelte Gesellschaftsform, ob die nun westlichen Maßstäben gerecht wird oder nicht, einfach zuzulassen. Wenn Sie darauf nochmal antworten würden, dann die Frage natürlich an Sergej Kowaljow, ist das so aus Ihrer Sicht? Aber zunächst an Sie, habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, aber ich glaube, im Fall von Kosovo würde der Westen dann nicht genug eine moralische Kraft aufbringen, wenn er mit diesen Parolen über Demokratie und Selbstbestimmung nicht zu NATO einsetzt, dann wäre es gar nicht kommen können. Das ist ja das Problem, dass man sich selber aufputscht, moralisch um die Länder oder die Gebiete, die um Selbstbestimmung kämpfen, sozusagen in quasi zivilisierte Menschen einzuführen. Das haben Sie auch gar nicht nötig in Wirklichkeit. Ja, das Problem ist anders. Das Problem ist, dass internationale Völkerrecht einen unlösbaren Widerspruch in sich enthält. Und zwar erkennt dasselbe Stimmungsrecht an und gleichzeitig Unantastbarkeit der Grenzen. Das heißt, die Ganzheit des bestehenden Staatsgebildes. Und das kostet eben den Menschen oder der Menschheit ein Meeren von Blut. Und das Problem ist, dass es vielleicht und auch das Gerede von Dekolonialismus, also wie weit muss man dann gehen um Völker, Stämme ihre sozusagen eigene Staaten bekommen hätten. Wie klein sollen diese Staaten sein? Wie handlungsfähig können sie sein? Wie gefährlich oder ungefährlich für ihren Nachbarn werden sie? Und das Problem ist glaube, dass eigentlich nur über ein neues Paradigma, auch rechtsstaatliches Paradigma, das Problem einigermaßen gelöst werden kann. Also weiter Selbstbestimmung, dass wir noch kleinere Gruppen dann irgendwas wollen. Und das Zusammenleben verschiedener Völker vielleicht in losen Konfederationen ermöglicht werden kann oder ermöglicht werden wird, wenn sozusagen das gesetzliche geregelt wird, dass dieser Prozess, dieser widersprüchliche Prozess der Lösung, der Bekämpfung der Lösung und des Kampfes für Unabhängigkeit, die dadurch, dass die Völker das wissen, also nicht die Völker natürlich, aber es geht um Eliten normalerweise, die um die Macht und Einfluss kämpfen. Also zu sagen, dass dieses Prinzip selbst stachelt die Menschen an, um bewaffneter Kampf aufzunehmen, um eigenes Volk ins Unglück zu stürzen. Und das ist das Problem, das wir hier natürlich nicht lösen können und auch in diesem Gespräch nicht, aber es geht nicht mehr weiter. Sergej Kowaljow, wenn ich Sie richtig wahrgenommen habe in den letzten acht, neun Jahren, in denen ich Gelegenheit hatte, Sie zu beobachten, dann beziehen Sie die Kraft Ihres Engagements aus einem sehr, korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen, konsequenten Humanismus. Einerseits als Kritiker der sowjetischen Gesellschaft, Sie haben darunter auch sehr gelitten, jetzt als Kritiker einer, wie soll man sagen, einer zerfallenden Demokratie im Augenblick in Russland, wenn man das in den letzten Monaten beobachtet, würde ich es jedenfalls für mich so formulieren. Was ist denn Ihre Vision für diese beiden Gesellschaften? Ist es denn richtig, dass beide Gesellschaften und das gelte dann auch für kaukasische sozusagen die Vision einer Zivilgesellschaft haben, um dann friedlich, möglicherweise autonomer oder mehr Autonomie zulassen, miteinander umzugehen? Was ist Ihre Vision? Wissen Sie, wir riskieren, in ein bestimmtes Fahrwasser zu kommen, in eine ganze theoretische Diskussion einzusteigen. Ich werde es nicht zu beweisen versuchen, sondern ich behaupte nur mal einfach, dass das sogenannte Selbstbestimmungsrecht das Selbstbestimmungsrecht der Völker ein sehr antidemokratisches Prinzip ist, das der allgemeinen Verfassung der Menschenrechte widerspricht. Die Schaffung immer mehr kleiner, einethnischer, nur von einem Volk bewohnter Staaten. Das ist ein Rückfall und nicht ein Fortschritt. Ein Fortschritt wäre die Integration. Ich will das nicht beweisen, aber ich will nur ein Beispiel anführen. Wenn Sie einen Staat haben mit nur einem Volk, dann haben Sie in diesem Staat Menschen erster Sorte und Menschen zweiter Sorte. Die erste Sorte ist die Urbevölkerung, wenn Sie so wollen, und die zweite Sorte sind alle anderen. Was anderes gibt es nicht in solch einem Fall. Und das widerspricht der Konzeption der Menschenrechten. Diese theoretische Frage hat aber zum Problem die Realien. wenn wir es versuchen würden, den Juden zu erklären, den Juden, die den Holocaust überlebt haben, nach dem Zweiten Weltkrieg, zu erklären, dass sie nicht zu einem überlebt herstellen dürfen. Die würden uns nicht verstehen, uns würde das nicht gelangen. Ich glaube, dass die Juden das Recht hätten zu sagen, wir möchten unser Überleben sichern. In einem gewissen Sinn sieht die Geschichte von Tschetschenien genauso aus. Immerhin muss man die jahrzehntelangen Kriege Russlands gegen Tschetschenien und auch die im letzten Jahrhundert absolut gerechtfertigt, wenn man auf die Deportation des Jahres 1946 hinweist. Diese Maßnahmen der sowjetischen Macht waren gerichtet, die Tschetschenien auszurotten als Volk. Und man muss sagen, dass der heutige Krieg manchmal auch einen solchen Charakter bekommt. Nicht zufällig lesen wir in russischen Zeitungen manchmal Überschriften, absolut barbarische Überschriften, zum Beispiel Krieg bis zum letzten Tschetschenien. Sie verstehen ja, was das heißt. Auf diese Weise wird die Frage der Unabhängigkeit oder des sich Abhebens der Tschetschenien zur Frage eines Überlebens. Aber was ist der tragische Umstand in Tschetschenien, der zusammenhängt mit den Bedingungen des Ersten Kriegs. Dieses Volk, das hervorgebracht hat, die besten Soldaten der Welt, Soldaten, die auch den Tod verachten, ich habe das selbst gesehen, während des Krieges, dieses Volk hat leider nicht hervorgebracht, jemanden, der Zivilcourage hat. Das Resultat des Krieges für Tschetschenien sieht folgendermaßen aus. Diese mutigen Tschetschenien haben eine Wahnsinnsangst voreinander. Sie haben Angst, beschuldigt zu werden, dass sie schlechte Muslime sind. Sie haben Angst davor, beschuldigt zu werden, dass sie schlechte Patrioten sind. Sie haben Angst, davor, beschuldigt zu werden, dass sie Sympathien gegenüber Russland haben. Sie haben Angst, und das ist noch schlimmer für mich, beschuldigt zu werden, Sympathien für Europa zu haben. Zum Westen und wenn man jemanden beschuldigt, dass er mit der USA sympathisiert, das heißt, er hat einfach seine Seele verkauft. Diese Bedingungen haben, so sind die Bedingungen nach dem Ersten Krieg. Und unsere, die Schuld der Russen liegt daran, und auch die Schuld der Europäer, dass ein legitim gewählter Präsident Maschadov keine Unterstützung bekommen hat. Und dass er deshalb ohnmächtig war. Alle Bemühungen Maschadova waren darauf gerichtet, einen Bürgerkrieg in Tschetschenien zu werden. Sonst nichts. Und dafür hat er sehr teuer bezahlen müssen. Diese Handel mit Geiseln und die Schariatske Unverschämtheiten, das ist der Preis, den Maschadov hat zahlen müssen. Ich habe wirklich genug Gründe zu sagen, dass Maschadov wirklich einen zivilen Staat aufbauen wollen. Das hat nicht geklappt. Das ist ihm nicht gelungen. Und die Schuld Russlands ist sehr groß daran. Natürlich ist so ein ziviler Staat wie Maschadov natürlich sieht nicht so aus wie wir den uns vorstellen. Aber trotzdem wäre es ein laizistischer Staat. Er hat die Anerkennung nicht bekommen, er hat keine Hilfe bekommen und wenn man von der Rechtsseite des Konflikts spricht dann hat Russland sich so benommen entschieden barbarischer benommen wo sind alle Vereinbarungen die getroffen wurden in Moskau in Saransk und so weiter die sind einfach unverschämt nicht erfüllt worden durchbrochen worden im Theater des Militär Schauspiels handeln die strengsten Rechte des Ausnahmezustands aber der Ausnahmezustand wurde nie erklärt also gibt es auch keine Zivilkontrolle und das heißt Willkür der Generäle und ich kann darüber noch eine halbe Stunde reden über die Rechtsbrüche die Russland auf dem Kerpols hat Wenn das so ist dass die Lage ist wie sie Sergej Kowaljow beschrieben hat wenn es so ist dass dort Menschenrechte verletzt werden dass dort ein Vernichtungsfeldzug bis zum letzten Tschetschenen das ist durchaus geschrieben worden auch und ich bin sicher dass es eine Menge russischer Generäle gibt die das auch denken zum Teil auch sagen geführt werden muss was ist denn dann zu tun und diese Frage würde ich gerne nochmal an die Runde herstellen bevor ich Sie herzlich bitten würde sich selbst auch zu beteiligen ich fange einfach ganz bei Ihnen Hans-Christoph Buch an was ist zu tun ist die Frage der Sanktionen aktuell was können andere Staaten zum Beispiel die OSZE Mitglieder die ja eigentlich verpflichtet sind und das alle ja auch unterschrieben haben genau das nicht zu tun was dort passiert was ist praktisch zu tun aus Ihrer Sicht ich kann Ihnen die Lösung nicht aus dem Ärmel schütteln ich weiß nur auch aus Erfahrungen in anderen Kriegsgebieten in Ruanda oder in Kosovo dass es wirklich ein bisschen blauäugig ist dorthin zu gehen wo Menschen massenhaft sterben wo das größte Elend die massivste Zerstörung ist die man sich vorstellen kann und dann unsere Demokratie zu predigen das ist vielleicht der falsche Zeitpunkt erstmal muss man das Leben dieser Menschen retten ihr materielles Leben überhaupt erst ermöglichen André Glucksmann hat mir gestern einen ganz kurzen Text gefaxt den er mich bat hier zu verlesen der enthält so etwas wie eine Handlungsoption ich möchte das kurz Ihnen zu Gehör bringen ich habe es selbst übersetzt es ist nur der Anfang und das Ende eines Artikels der glaube ich morgen in Le Monde stehen wird Korsika mit Raketen beschossen das Baskenland von der Landkarte radiert Nordirlands Bevölkerung über die Grenze abgeschoben Fragezeichen wenn Jospin Asnar und Blair den Kampf gegen den Terrorismus mit Jelzins Methoden führen würden dann wäre überall in Europa ein Aufschrei der Empörung zu hören aber wenn weiter weg im Osten der Banditenjäger Putin Häuser dem Erdboden gleich macht und um sein Ziel nicht zu verfehlen ganze Städte Langsam mal lesen damit die Dolmetscher mitkommen Achso die Dolmetscher Entschuldigung ich fange nochmal an es dauert wirklich nur eine Minute Korsika mit Raketen beschossen das Baskenland von der Landkarte radiert Nordirlands Bevölkerung über die Grenzen abgeschoben wenn Jospin Asnar und Blair den Kampf gegen den Terrorismus mit Jelzins Methoden führen würden dann wäre überall in Europa ein Aufschrei der Empörung zu hören aber wenn weiter weg im Osten der Banditenjäger Putin Häuser dem Erdboden gleich macht und um sein Ziel nicht zu verfehlen ganze Städte gleich mit dazu dann regt sich hierzulande niemand darüber auf ein neuer eiserner Vorhang hat sich auf Europa gesenkt auf der einen Seite Staaten die die Rechte ihrer Bürger respektieren auf der anderen ein freies Schuss Feld wo den Zombies aus dem Kreml alles erlaubt ist Korruption plus Mafia plus Ex KGB das ist der postkommunistische Frankenstein dessen Erscheinen Europa durch Wegschauen legitimiert ein explosiver Cocktail für die europäische Sicherheit und für den Frieden der Welt solange wir die Augen zudrücken und Jelzin Kredite gewähren mit denen er seine Armeen aufrüstet und seine Privatkonten füllt werden die humanistischen Reden unserer Politiker Lügen gestraft Wie lange wollen europäische Steuerzahler noch Massaker an Zivilisten finanzieren und den Aufstieg vulgärer Kriegsfürsten mit ansehen deren Macht sich jeder demokratischen Kontrolle entzieht Also daraus entnehme ich dass noch mal auf die nicht ganz unrussische Frage was tun entnehme ich dass ihr Vorschlag wäre zu sagen Kredite nicht mehr zu bezahlen etwa über den IMF und weitergehende Sanktionen habe ich das richtig verstanden Das ist der Vorschlag von André Glucksmann den Sie aber unterstützt ich unterstütze das ich mache aber auch ein Fragezeichen ich möchte von Experten wie Kowaljov hören was er dazu meint ob das der richtige Weg ist Ja werden wir gleich fragen unsere beiden tschetschenischen Gäste wo liegt aus ihrer Sicht denn irgendeine Art von Ausweg aus der schrecklichen Situation im Augenblick auf der einen Seite aus der sich anbahnenden ökologischen Katastrophe und auf der anderen Seite aus der bereits vorhandenen seit mehreren Jahren aus der menschlichen Katastrophe aus der humanitären Katastrophe in Tschetschenien sehen Sie einen Ausweg und welcher könnte das sein Dankeschön wir haben unsere Vorschläge in Istanbul unterbreitet sie umfassen verschiedene Punkte fünf Punkte was schlagen wir vor wenn man berücksichtigt dass die ökologische Katastrophe in Tschetschenien aufgrund dieser Kriegshandlung auch außerhalb Tschetscheniens groß sein kann schlagen wir vor den Krieg zu beenden und eine neutrale Zone unter der Ägide von der OSZE zu schaffen wo also solche Territorien besonders bezeichnet sind die radioaktiv verseucht sind und chemisch verseucht sind zweitens hier ist mehrfach gesagt worden über die Terroristen sie können sich sicherlich erinnern dass die Massenmedien in Russland häufig von internationalem Terrorismus sprechen wir möchten diese Funktion zum Beispiel dem europäischen Sicherheitsrat übergeben beantwortet sehen und juristischen Konsultationen zu beginnen um die subjektiven und objektiven Gründe zu bestimmen die zu der Situation geführt haben und die Vereinbarung zwischen Yeltsin und Maschadov zu erneuern es ist so dass warum es um diesen Vertrag immer wieder geht und warum wir immer davon sprechen es soll unter der Führung der OSZE und internationaler Beobachtung stattfinden es geht uns nicht darum wer schuld und hat heute sondern es geht darum es muss eine grundlegende Lösung gefunden werden und wenn der Vertrag ständig verletzt wird es gibt Strukturen in der internationalen Gemeinschaft die diese Initiative übernehmen sollten ich erlaube mir zu sagen dass auf dem OSZE Forum in Istanbul wir vorher unsere Vorschläge eingereicht haben sie enthielten folgendes Russland hat der ganzen Welt verkündet dass Titschenien das Zentrum des internationalen Terrorismus ist wir haben vorgeschlagen um die Wahrheit herzustellen ein internationalen Expertengruppen einzurichten die diese terroristischen Akte untersucht und diese Frage ein für allemal beantwortet mit dieser Frage soll sich nicht nur Russland beschäftigen wenn es sich um internationalen Terrorismus handelt es müssen da neutrale Beobachter arbeiten das ist das Erste Zweitens möchten wir dass die internationale Gesellschaft ein internationales Gericht einrichtet genauso wie es ein Gericht für Bosnien eingerichtet hat ein internationales Kriegsgericht und untersucht welche Maßnahmen zum Ende dieses Krieges führen können Es gibt elementare Mechanismen die man gebrauchen kann um zu bewerten was in Titschenien vor sich geht das ist zum Beispiel die Schaffung einer Kommission die die Genfer Konvention die Einheit in Genfer Konvention kontrolliert zum Beispiel auch den Einsatz von Waffen gegen die Zivilbevölkerung Vierte das hätte man an den Anfang stellen können Einladung zu finanziellen Hilfe aller Länder Einstellung der finanziellen Hilfe für Russland wenn es Krieg führt der Westen und die demokratischen Kräfte wäre es sinnvoll unserer Meinung nach zu unterstützen die Macht von Maskadov denn heute steht nicht die Frage Sieg oder wir zweifeln nicht an dem Recht unserer Sache und im Endeffekt werden wir unsere Freiheit und Unabhängigkeit verteidigen wir wenden uns an die Öffentlichkeit Deutschlands heute gibt es eine andere Parallele wer wird nach dem Ende des Krieges an der Macht sein die demokratische Kraft Masradows oder extremistische Kräfte so sieht die heutige Frage aus Was ist zu tun Ich glaube der Vorschlag mit der Blockade der in diesem Appell von Glucksmann nochmal klugen hat wird auch nicht funktionieren zum einen weil wenn die Finanzblockade Russland in den Bank rot treibt müssen dafür die westliche Steuerzahler aufkommen bekanntlich und die Schulden Russland an Deutschland sind mehr als Sparpaket plus Ausgaben die in Kosovo in der Perspektive der Aufgeben Aufbau Hilfe weil Deutschland eine demokratische Stadt ist glaube die Regierung wird diese Blockade nicht überleben Es muss natürlich möglich sein immer wieder auf die politische Lösung zu drängen und zu den Verhandlungen also mit wie es hier gesagt wurde mit Maschadov wahrscheinlich doch die beiden Seiten bringen das Problem ist nur dass die Zeit läuft vielleicht kommt es auch zu Verhandlungen bloß was bis dahin passiert ist eine große Frage ja also sonst sehe ich also diese Blockaden zur Blockade ist auch im Fall von Milosevic nicht gekommen weil Franzosen das nicht wollten also deswegen ich weiß nicht was der Glücksmann gesagt hat aber es ist also ich glaube wichtig ist auch auf dem realistischen Boden zu bleiben es ist sehr bedauerlich aber die Mittel sind sehr spärlich sozusagen auf Russland unter Druck zu setzen und die Vorschläge der tschetschenischen Seite mit internationalem Tribunal theoretisch ist es wahrscheinlich richtig aber also die Reaktion wird das entgegengesetzt die Russland gegen Tschetschen werden zu nehmen wenn das durchgekommen wäre was ich allerdings nicht glaube aber also die Russen sie trotzen dieser also diesem Zwang wie er auch jetzt zu sehen ist und es wird noch schlimmer wenn diese extremen Maßnahmen dann seitens der internationalen Gemeinschaft kommen man kann nur wenig tun man kann wenig tun das ist zu wenig glaube ich Sie haben vorhin gesagt man muss Druck ausüben jetzt glaube ich braucht man was ganz konkretes wie soll man Druck ausüben und besteht nicht doch die Gefahr die Sonja Magolina gerade andeutet dass sich dann möglicherweise innerhalb Russlands Hans-Christoph Buch hat das vorhin auch mal ins Spiel gebracht allerdings dann gesagt es wird das darf keine Rolle spielen es wird ja vielleicht noch schlimmer noch mal die Frage an Sie welchen Druck genau wie soll ausgeübt werden auf Russland was schlagen Sie vor wissen Sie ich schlage nichts vor ich möchte das erklären warum ehrlich gesagt obwohl ich Mitglied der Staatsduma bin 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 kein Politiker aber ich weiß genau dass die Politiker und die Diplomaten sehr genau wissen auf welche Art und Weise Druck ausgeübt werden kann ich bin sehr einverstanden damit dass der Konflikt das heißt nicht der Konflikt sondern die russische Vernichtung in Nordkaukasus man muss die Dinge beim Namen nennen das ist kein Konflikt bedarf einer Internationalisierung ich möchte ein Beispiel anführen aus der Vergangenheit jetzt sind diese Methoden unzureichend über die ich sprechen wäre aber in der Vergangenheit im vergangenen Krieg wenn zwei Menschen nur zwei Menschen zwei westliche politische Führer Clinton und ihr Kohl jede Woche öffentlich aufgetreten werden und gesagt hätten das ist ein schmutziger Krieg der beendet werden muss dann wäre dieser Krieg nicht zwei Jahre gedauert sondern höchstens zwei Monate und dieses hätte damals ausgereicht jetzt reicht das nicht mehr ich denke dass der Druck auf Russland allmählich wachsen muss aber er muss begründet sein auf der festen Überzeugung dass auch dieser schmutzige Krieg beendet werden muss der zur Vernichtung führt ich weiß nicht welche Schritte auf diese Druck folgen wir wissen zum Beispiel dass die Duplomaten mitunter ihre Botschafter zurückziehen zur Konsultation auch das ist eine wichtige Demarche es gibt viel heftigere Schritte wenn die Botschafter überhaupt zurückbeordert werden das ist eine noch stärkere Demarche ich denke dass wenn ihre Gesellschaft es von ihren Politikern verlangen würde Druck auszurüben dann seien sie beruhigt sie hätten sehr gute Methoden sie würden sehr gute Methoden finden was das Tribunal angeht ich habe mit großer würde mit größerer Begeisterung Putin auf die Anklagebank setzen und nicht nur Putin sondern eine ganze Reihe von Generälen aber neben Basayev und Hatab haben sie herzlichen Dank so jetzt gibt es die Mikrofone haben wir die Mikrofone ja ich habe ein Mikrofon und bin auch der Mann der es nachher weiter gibt an Sie ich möchte direkt an die Worte von Sergej Kavalev etwas anschließen was vielleicht uns auch die Möglichkeit gibt als deutsche Öffentlichkeit etwas zu tun wir müssen Druck ausüben weil dieser Krieg auch als Propagandakrieg geführt wird und die russischen Medien weitgehend gleichgeschaltet sind Sie müssen sich vorstellen von den kritischen Reden auf der OECD auf dem OECD Gipfel in Istanbul wurde in Russland nur berichtet dass Clinton das Schröder dass alle einverstanden sind mit dem Kampf der russischen Föderation gegen Terrorismus in Tschetschenien die kritischen Stimmen dieser Reden wurden ausgeblendet ich denke wir können etwas tun Druck auszuüben auf unsere eigene Regierung und auch auf Putin in dem jeder der im Saal sitzt draußen im Vorraum von dem Tisch eine kleine Postkarte nimmt die ist schon bedruckt und schon beschrieben man muss nur eine Briefmarke drauf kleben und ich denke dass dieser öffentliche Druck der öffentlichen Meinung mehr bewirkt als man überhaupt nur ahnen kann und er würde auch bewirken dass vielleicht in Russland selbst die Bevölkerung bemerkt dass in diesem gar nicht Terroristen bekämpft werden sondern Zivilisten sodass dann vielleicht doch Mitleid aufkommt und sich die öffentliche Meinung in Russland etwas bewegt danke vielen Dank weitere Stellungnahmen Fragen ja ich das keinerlei krieg ich meine dass hier nicht die forderung nach einem sofortigen stopp des krieges angesichts allein der zahlen verhältnisse und dessen was dort geschieht erhoben wird finde ich schon recht makaber das ist der eine punkt es wird auch immer so getan als gäbe es hier bereits eine öffentlichkeit die über all das informiert worden sei ist es ja nicht es gibt ja im Grunde genommen über diesen krieg kaum eine öffentlichkeit wir erfahren ja nur bruchstücke zum beispiel auch die frage der hintergründe welches zusammenspiel gibt es zwischen beresowski und basaiev wir müssten andere fragen stellen wo ist denn der moralische overkill in der stimme von rudolf scharping mit welchem programm sind die grünen vor den wahlen angetreten und welche interventionen hat hans christoph buch unterstützt der nun plötzlich hier sich zu recht für die tschetschenien einsetzt aber die bedingungen für den krieg gegen tschetschenien mit unterstützt hat ich meine hier ist ein einziger mann im saal der diesen zusammenhang aufgezeigt hat das ist görgy konrad ein ehemaliger ungarischer dissident und vielleicht müsste man diesen ausgangspunkt sehr viel stärker mit hinein ziehen in diskussion um endlich wieder dahin zu kommen dass man gegen den krieg votieren muss und nicht für den krieg wie es seit dem krieg der amerikaner gegen den irak und anderer üblich geworden ist wir müssen hier eine wende vollziehen und die ursachen dafür aufzeigen warum der krieg salonfähig geworden ist dieses was dort an vorwand genommen wird für den überfall auf tschetschenien auf ein so kleines gebeutet das volk niemand hier weiß doch was es mit kinder zeichnung dazu aber thomas rot das ist doch ganz und gar unausgewogen heute abend und die einzige kritische haltung die wir hören kommt von kowaljow und er hat ja dazu einen hohen preis bezahlt ich meine liebe margolina was sie dort sagen ist also ein konglomerat unverständlicher dinge da ist der glucksmann geradezu von einer erfrischenden klarheit ja ich glaube da muss man den angesprochenen die möglichkeit geben zu antworten ich will aber doch sagen dass ich glaube dass so eine diskussion sonst braucht man die ja nicht zu machen ja dazu beitragen soll zu versuchen einzudringen in die materie das ist gar nicht so einfach sie haben natürlich völlig recht welchen zusammenhang gibt es beispielsweise zwischen berasowski ogudov und einigen figuren die jetzt hier das publikum möglicherweise nicht kennt das ist auch für journalisten russische wie internationale deutsch außerordentlich schwierig dieses spiel zu durchschauen im übrigen denke ich nicht nicht ganz einfach weil hier auch viele viele interessen eine rolle spielen sie haben aber recht das ist ein defizit in der tat auch im umgang mit der materie selbst geschweige denn sie dann auch zu berichten das ist glaube ich nicht das problem jedenfalls nicht bei der ARD und den medien die ich hier kenne die zum Teil auch hier im Raum vertreten sind aber ich glaube Hans Christoph Buch soll die gelegenheit gegeben was zu sagen und dann natürlich auch Frau Margulina ich fand sie nur die es gab eben von Herrn Geismay den Hinweis auf Jörgi Konrads Einführungsworte und Konrad weiß ich sympathisiere mit ihm aber bin nicht mit ihm immer einverstanden ich glaube nicht dass man den jetzigen neuen Krieg in Tschetschenien aus dem Kosovo Krieg erklären kann es ist richtig die russische Generalität hat gelernt vor allem was die Präsentation des Krieges betrifft in den Medien und sie hat auch das hat Konrad glaube ich auch gesagt von Milosevic gelernt wie man mit Flüchtlingen umgeht wie man sie an der Grenze festhält aber die tieferen Ursachen dieses Krieges und des früheren Tschetschenien Krieges die sind nicht mit diesen Kriegen im Balkan gleichzusetzen oder gar auf sie zurückzuführen und auch nicht auf den in den Irak man kann nicht alles in einen Topf werfen das führt nicht zur Klärung sondern zur weiteren Verunklärung bei und das ist ja das Ziel der Intervention des Mephisto den ich sehr ich möchte auch über Verhältnisse zwischen Beresowski und Basayev nichts sagen weil ich habe viel darüber gelesen aber das russische politische Leben ist so untransparent dass man nur mit Mutmaßungen und Verschwörungstheorien halbwegs etwas erklären kann und ich fühle mich einfach nicht berechtigt über diese Dinge zu sprechen die absolut nicht klar sind man könnte natürlich aber über Erdöl reden und als unmittelbarer Grund für Krieg also für den letzten Krieg auch die neu entdeckte Vorkommen in Dagestan im kaspischen Schelf zu nennen also die verloren gegangen wäre wenn Dagestan zum Gottsstaat wurde ja aber trotzdem es erklärt nicht alles und der Krieg das ist nicht der Erste Krieg sondern der Zweite Krieg und deswegen würde ich Herrn Buch zustimmen dass es also über all diese Dinge zu reden würde noch mehr Unklarheit bringen weil es gilt natürlich den Krieg zu stoppen und den Krieg zu stoppen oder Einfluss darauf zu nehmen kann nur die deutsche Öffentlichkeit also nicht wir auf dem Podium und die deutsche Öffentlichkeit es ist auch europäische Öffentlichkeit die auch nicht ganz aktiv ist also nicht mehr als deutsche Öffentlichkeit jedenfalls und also man muss darüber reden also wieso das nicht stattfindet wo ist die Öffentlichkeit also es ist jedenfalls nicht die Zeitungen oder nicht die Korrespondenten die ab und zu über dieses Problem schreiben also wo ist das alles abgeblieben nach 89 würde ich sagen und wahrscheinlich hängt das Zusammenhang mit das Problem der Linken auch die sozusagen einerseits großes Vorbild und andererseits großen Feind verloren haben und das orientiert sind vielleicht es einfach die Gesellschaft die sich geändert hat und der Strukturwandel der Öffentlichkeit hat sich vollzogen jedenfalls ist die Gesellschaft nicht aktiv und sie ist auch in Kosovo nicht aktiv ich meine jetzt nicht die Gruppen die Friedensbewegung und so darum geht es nicht aber es hat sich herausgestellt dass die Herren da oben handeln und die Öffentlichkeit also stimmt ja zu und wenn sie nicht handeln stimmt die Öffentlichkeit nicht zu und das Problem ist wie man dann Öffentlichkeit aktiviert oder vielleicht darf man das gar nicht sagen was heißt Öffentlichkeit aktivieren entweder gibt es Öffentlichkeit dann ist sie aktiv oder gibt es nicht dann braucht man darüber nicht zu reden ja und das ist ein großes Problem was also was wie man das wie man das macht das ist ja schon zu sagen also der Krieg soll gestoppt werden das geht nicht aber also wie 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 können wir das machen Öffentlichkeit herstellen der Präsident dieser Akademie hat das getan deshalb sitzen wir hier deshalb sitzen sie hier wenn sie noch weiter mehr möchte um ihr Territorium also nicht nur zu vergrößern sondern eben die die Schätze da auch zu haben und ich kann nur sehen dass wir die westlichen Länder derartig Angst vor Russland haben weil ein um also ein nicht friedliches umgehen mit diesem volk oder mit dieser regierung dass das also wirklich hier auch letztendlich auch zum krieg führen wird das hoffe ich nicht aber darin sehe ich eine Aufforderung zum Beispiel an die Berichterstattung nehmen sie einfach das Mikrofon kann ich mal ich war als erster hier oben am mikrofon ja sie brauchen mich trotzdem nicht zu unterbrechen ja bitteschön entschuldigen dass ich unterbrochen projektschulen und davon hat es über 104 in deutschland und 5000 in der welt und die hatten ihre jahrestagung auf der eine resolution eingebracht worden ist die den außenminister aufforderte zu intervenieren oder zumindest klar und deutlich auszusprechen dass man einen hineinschlittern in einen krieg der russischen regierung gegen tschetschenien so nicht tolerieren könnte und dass man die befürchtung hatte damals zumindest dass dies auf einen völkermord schulen haben vor zusammen mit der gesellschaft für bedrohte völker allerdings erst am 16 dezember eine mahrnwahl für die opfer dieses krieges bundesweit zu organisieren das ist eine sache das zweite und da möchte ich noch was inhaltlich zu sagen ich glaube dass die bundesrepublikanische öffentlichkeit und die europäische öffentlichkeit ein vehementes interesse daran haben müssen dass diese politik die zur zeit von russland betrieben wird gestoppt wird und zwar aus eigen interesse denn die kräfte die sich mit diesem krieg durchsetzen werden sind wirklich die rückwärts gewandtesten kräfte die es in russland gibt keineswegs die demokraten und ich glaube ein kuschen vor dieser politik wie das heutzutage leider der fall ist von den europäischen regierungen ist nicht tolerierbar nicht hinnehmbar und wird die Sache eher verschlimmern als bitteschön ja kann ich gleich anknüpfen also eine hinnahme passive hinnahme der politik von russland in tschetschenien ist natürlich eine beispiellose ermutigung in anderen fällen ähnlich zu verfahren in gebieten mit sehr vielen völkerschaften wie im korkasus oder auch in anderen gebieten also insofern machen wir uns auch im westlichen europa mitverantwortlich durch passivität für eine ganz schlimme entwicklung die in russland droht herr kowaljow sie haben das ja angedeutet und deswegen möchte ich mich nochmal mit nachdruck aussprechen für die für die nutzung friedlicher mittel also insbesondere finanzieller druck stopp von finanzieller hilfe beschränkung der wirtschaftlichen zusammenarbeit mit russland frau margolina ihr argument ist in keiner weise überzeugend dass sie sagen das schlicht dann auch wirtschaftlich und finanziell auf westeuropa zurück in dem fall sage ich soll es doch die alternative ist ja weit schlimmer die uns droht bei der hinnahme dieser entwicklung und es ist eine absurdität sondergleichen dass im moment durch die kredite des internationalen währungsfonds durch die weiterbewilligung der kredite eben auch der krieg in tschetschenien finanziert wird er ist ja nun schließlich nicht zum ja er wird dadurch finanziert weil natürlich auch dadurch gelder möglich werden die nötig sind der ist ja nicht zum nulltarif zu haben es ist ja auch nicht so dass diese forderung nicht erhoben wird auch das europäische parlament hat sich ja in der richtung geäußert und es ist einfach mehr mut und nachdruck aus der öffentlichkeit erforderlich das auch zu erheben und nicht nur darüber zu klagen dass es von der seite der politik zu wenig geschieht das ist eben auch die verantwortung der öffentlichkeit wie dieser versammlung war ja auch der vorschlag briefe und so zu schreiben dieses noch einmal deutlich zu machen ich habe an herrn kowaljow weil ich politiker bin in berlin also aus dem abgeordnetenhaus hier noch eine konkrete frage wir haben ja von berlin eine städtepartnerschaft mit moskau wir haben das auch zur diskussion hoffentlich auf der nächsten parlamentssitzung die erste war ja nur der würdevollen inszenierung also einsetzung des neuen parlaments in berlin gewidmet und die idee darüber zu diskutieren über was bedeutet der tschetschenien krieg für berlin konnte sich leider nicht durchsetzen aber in zwei wochen werden wir das tun auf der nächsten sitzung und deswegen die ganz konkrete frage an sie wie kann man die städtepartnerschaft zwischen moskau und berlin dazu nutzen um mit den begrenzten mitteln einer stadt wie berlin dort einfluss auszuüben unser vorschlag war das zumindest zum thema zu machen in allen formen der zusammenarbeit die es gibt mit moskau den tatschenien krieg seine auswirkung unsere beurteilung zum thema zu machen aber nicht unmittelbar die städte partnerschaft zwischen moskau und berlin auf eins zu legen weil wir dadurch noch weniger bewirken können ich bin ich bin mit ihnen absolut einverstanden ich denke dass städte die verbindungen haben diese verbindungen nicht abbrechen sollten sondern sie nutzen sollten um ihren gesichtspunkt der bevölkerung zu verstehen zu geben ich muss sagen dass jetzt in russland die zensur herrscht alles was die kriegssituation betrifft herrscht bei uns eine sehr strenge zensur in anderen sphären ist sie nicht so hart diese zensur wird ganz einfach durchgeführt journalisten die eine eigene meinung haben bekommen keine akkreditierung oder man lässt die journalisten einfach nicht in die regionen tschetscheniens die unter der kontrolle des russischen militärs sind oder nur in begleitung von militärleuten die ihnen natürlich dann das zeigen was sie ihnen zeigen möchten deshalb ist die öffentlichkeit in russland die tatsächlich leider das muss ich zugreben die diese militärischen operationen unterstützt sie ist desinformiert sie ist desinformiert durch die hauptkanäle der informationen die wir haben und zwar nicht das fernseh es gibt faktisch keinen fernsehkanal der einigermaßen objektiv wäre und es gibt sehr wenig sehr wenig zeitungen die es wagen die wahrheit zu schreiben sehr wenige und ich denke mir wenn die verbindungen zwischen zwei gesellschaften dazu genutzt werden um die wahrheit zu sagen das ist ein sehr wichtiger gesichtspunkt natürlich ist es nicht die einzige möglichkeit druck auszuüben wahrscheinlich ist dieser Weg nicht der effektivste ich kann nur wiederholen dass andere druck maßnahmen als und zwar nicht die öffentliche die öffentlichkeit kann druck ausüben auf ihre eigene führung im vorigen krieg war der druck nicht ausreichend und das hat ihre ihren führern erlaubt die reputation unseres präsidents zu retten auf kosten von menschen leben wollen wir diesen fehler nicht wiederholen zwingen sie ihre politiker mittel zu finden ich sage nicht zufällig spreche ich vom druck auch auf tschetschenien der druck auf russland könnte sehr viel effektiver sein wenn er wirklich gutwillig wäre wenn gleichzeitig auch druck auf die tschetschenische Gesellschaft ausgeübt würde und auf die tschetschenische Macht eine solche Situation der föderalen Macht ist sehr viel komplizierter zu ignorieren ich ich wiederhole ihre diplomaten ihre politiker können druck ausüben aufeinander wir hier sind nicht professionelle wir können keine bestimmte Methode uns jetzt ausdenken sondern was die Gesellschaft tun kann das ist die Wahrheit sagen und von den professionellen Politikern zu fordern damit die Maßnahmen ergreifen wir können natürlich nicht anstelle dieser professionellen treten das war eigentlich fast schon ein Schlusswort oder es war eigentlich ein Schlusswort möchte aber die Stimme im Saal natürlich trotzdem noch Gelegenheit geben würde aber dann vielleicht doch denken dass wir allmählich zum Schluss kommen wir diskutieren glaube ich ganz intensiv schon eine ganze Zeit vielleicht Sie beide noch und dass wir dann drei ja wollen wir es dann dabei belassen ja dann bitteschön ich habe von Herrn Kovalev heute Abend gelernt dass die russische Situation viel dramatischer ist als die Öffentlichkeit trotz ihrer guten Berichte uns es bislang gezeigt hat wir haben ein Regime Ausnahmezustand das ein Vernichtungskrieg plant und durchführt das ist die Analyse auf zwei Sätze gebracht von dem russischen Bürgerrechtler und wenn das der Fall ist dann ist das was ich aus internen Sitzungen etwa einer der Regierungsparteien höre nicht zureichend nämlich zu sagen wir müssen den Staatsbankrott verhindern und wir müssen Tierenowski verhindern grob gesagt sondern dann ist es und das hat Herr Kowaljow auch vorgeschlagen richtig dass mehr getan wird sowohl gegenüber den Tschetschenen der tschetschenischen Regierung wie vor allem gegenüber der russischen Regierung zumal es keine vernünftige Informationen über den Kriegsverlauf und das Vernichtungsprogramm in Russland selbst gibt und das heißt dass sehr viel mehr an Druck entwickelt werden sollte sehr viel mehr an Präsenz sehr viel mehr an Konferenzen sehr viel mehr an Hingehen als bislang die öffentliche und die politische Meinung und der Bundestag sagt morgen debattieren sie sie sollten mehr Druck machen das wäre die Konsequenz für mich aus dem heutigen Abend ja vielen Dank bitteschön ja zunächst einmal möchte ich dem Herrn Kovalev in einem Punkt energisch widersprechen und zwar hat er gesagt dass dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker kein demokratisches Prinzip ist und dass die Integration quasi eher einen Fortschritt darstellen würde als die Selbstbestimmungsrecht der Völker denn genau nach diesem Prinzip denke ich handelt hier Moskau in dem eben dieses Selbstbestimmungsrecht der Tschetschenen nicht geduldet wird ein zweiter Punkt den ich anbringen möchte ist der ob wir uns nicht Gedanken machen müssen ob die Politik der Bundesregierung und der westlichen Staaten noch als eine demokratische Außenpolitik begriffen werden kann es wurde erwähnt dass quasi der Präsident Jelzin quasi als Garant der Demokratie bezeichnet worden ist als auch im Anschluss an den ersten Tschetschenien Krieg wo klar war dass schon dieser Krieg ein Verbrechen war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurde immer noch auf Jelzin als Garant der Demokratie gesetzt eine zweite Sache wäre dann die warum ist denn der es wurde erwähnt dass der Präsident Masradoff der demokratisch gewählt worden ist nicht quasi die nötige Aufmerksamkeit bekommen hat nicht die Unterstützung der westlichen Politik und dann würde ich mich fragen wo ist denn in dieser Zeit wo effektiv die Möglichkeit bestanden hat zu handeln wir fragen uns hier was wir jetzt tun können in einem Vernichtungsfeldzug der von Russland gegen Tschetschenien geführt wird wo waren die westliche Politik als die Möglichkeit bestand als diese Zwänge die jetzt existieren wo man effektiv kaum was tun kann da würde ich Frau Magolina recht geben wo wir ohnmächtig sind wo waren die Handlungen der westlichen Politiker als es möglich war als Masradoff demokratisch legitimiert den Kampf gegen den Terrorismus auch und besonders gegen Masradoff war demokratisch legitimiert und hat gegen den Bürgerkrieg gekämpft und er wäre die einzige Chance gewesen quasi den Frieden dort zu sichern es wäre die einzige Möglichkeit gewesen Masradoff zu unterstützen es ist nicht passiert und meine Erkenntnis wäre die dass Völker nur indem sie in der politischen Organisation des Staates sich organisieren überhaupt erst anerkannt werden überhaupt erst wahrgenommen werden man kann das Beispiel der Kurden vollziehen und kann feststellen dass auch die Kurden die keinen selbstständigen Staat haben auf der großen Bühne der internationalen Politik gar nicht erst wahrgenommen werden geschweige denn dass die NATO die sich als Wertegemeinschaft besteht ein Problem darin hätte dass dort ein permanenter Völkermord passiert Gut Haben Sie vielen Dank wir hatten noch eine Stimme dann aber noch zwei aber ich herzlich bitten wenn es geht so knapp aber natürlich trotzdem richtig wie Sie es ausdrücken wollen zu sprechen damit wir zu dem Ende kommen die Fragen gehen wenn ich sie recht verstanden habe an Sergej Kowaljow was das Selbstbestimmungsrecht angeht die zweite Frage geht einerseits an den Westen wenn ich sie richtig verstanden habe die können wir glaube ich von hier oben schlecht beantworten aber ich würde mit ihrer Erlaubnis vielleicht vielleicht sie doch auch an Sergej Kowaljow mit der Bitte um zwei kurze Antworten weitergeben warum hat eigentlich Russland nichts getan in denen also in der Zeit nach dem Vertrag von Casa Wirt wo man ja eigentlich hoffte dieser Vertrag führt dazu und ist auch einiges unterschrieben worden dass humanitäre Hilfe seitens Russland geleistet wird dass dort ein sozusagen friedlicher Aufbau geschieht vielleicht diese beiden Fragen mit der Bitte um eine jeweils kurze Antwort es fällt mir sehr schwer darauf zu antworten warum Russland nicht das getan hat was es hätte tun müssen aber warum macht Russland das was es nicht machen dürfte zum Beispiel warum führt es Krieg in Tschetschenien fragen Sie jemand anders ich glaube diese Frage müsste an die russische politische Elite gerichtet werden ehrlich gesagt natürlich sind Geld nach Tschetschenien geschickt worden und dieses Geld ist verschwunden und anderes Geld ist geschickt worden das ist unterwegs verschwunden das ist das übliche Schicksal sehr vieler Geldströme in der russischen Föderation nun was sehr viel wichtiger ist und zwar wichtiger als die Mittel zum Aufbau in Tschetschenien weswegen hat Maschadov keine politische Unterstützung bekommen warum sind keine Verhandlungen mit ihm geführt worden die doch festgeschrieben waren im Friedensvertrag damals das heißt die hätten stattfinden müssen ich glaube dass es dafür politische Gründe gibt ich glaube dass eine der wichtigen Gründe daran lag dass die Militärs einfach Durst hatten auf eine Revanche und nicht nur die Militärs sondern auch eine relativ große Zahl von Politikern wollten die Revanche was das Verhältnis zwischen Basar und Beresowski betrifft da kann ich nicht viel zu sagen aber ich glaube nicht dass das das Entscheidende war die Erfahrung zeigt dass jedes Mal wenn wir die Erklärung für etwas Schreckliches suchen irgendwelche Verschwörungen aufzudecken suchen dass wir dann und irren ich denke dass in Russland sehr viel wichtiger bestimmte politische Tendenzen sind achten sie mal zum Beispiel auf folgendes die letzten drei Premierminister Russlands Primakov Stipaschen und Putin alle kommen vom KGB alle drei meinen sie das ist Zufall ich bin der Meinung dass das kein Zufall ist und genau das ist unsere neue politische Tendenz und das dass zum Beispiel die Geheimniskrämerei in Russland wächst dass die Zensur wächst dass die Zensur wieder eingeführt worden ist dass Entscheidungen von den dass die Entscheidungen auf alte sowjetische Art gefällt werden und wir Wähler absolut nichts wissen von den Gründen dieser Entscheidung das sind alles Phänomene die in dieselbe Richtung gehen und dass unser neuer Premierminister sobald er den Mund aufmacht lügt einfach unverschämt lügt sowohl was die Explosionen auf dem Markt in Grosny betreffen sowohl als auch dass Clinton angeblich die Linie Russlands unterstützt im Nordkaukasus das das ist auch Lüge alles das sind Phänomene die in ein und dieselbe Richtung gehen und dafür muss man die Gründe suchen warum das warum wir treubrischig geworden sind warum wir unsere Verpflichtungen im Nordkaukasus nicht erfüllt haben warum wir wieder versuchen einen militärischen Sieg zu erringen noch ein Beispiel für die gegenwärtige Realität in Russland haben sie nicht bemerkt dass jetzt Russland einen äußeren Feind hat das ist der traditionelle Feind der in der Sowjetzeit immer existierte das ist der Westen das ist unser äußerer Feind das sagen jetzt alle angefangen vom Präsidenten und aufgehört mit irgendeinem Politiker unser Patriotismus besteht darin dass wir uns gegen den westlichen Einfluss dem widersetzen müssen und wir haben auch einen inneren Feind und dieser innere Feind früher hieß er Dissident heute heißt er Rechtsbürgerrechtler unsere Presse unsere russische erklärt dass das die echten Feinde des Staates sind dass die vom Geld des Westens leben dass die Aufträge aus dem Westen bekommen ich sitze also hier und ich kriege also von Ihnen hier einen Auftrag und dann werde ich ihn in meinem Land ausführen verstehen sie dass diese Situation wo wichtig ist für die Politiker einen Feind zu haben einen Feind im Äußeren und einen Feind im Inneren die kennen wir nur zu gut wir leben ständig brauchen wir einen Feind für unsere eigene politische Existenz ohne Feinde sind wir einfach ersticken wir wie ohne Luft wir können dann gegen jemand kämpfen verstehen Sie das das ist das ist natürlich nicht sehr konkrete Erklärung aber das ist die Wurzel warum es diese kaukasische Kriege geben muss wir brauchen einen Feind wir brauchen einen Feind für die Luft zum Atmen sonst wem können wir sonst unsere Fehler in die Schuhe schieben wenn es einen Feind gibt dann ist alles in Ordnung zwei Worte zur Analogie Kosovo und Irak ich glaube dass es eine ganz oberflächliche Analogie ist sowohl im Kosovo als auch im Irak herrscht eine völlig andere Situation ich möchte nicht die Handlung der NATO auf dem Balkan für makellos erklären das kann man nicht sagen und alle vier Seiten die am Balkan konflikt beteiligt waren also die Albanier die Kosovo Albaner die Serben der serbische Staat mit der Spitze mit Milosevic an der Spitze die Kräfte des Westens das heißt die NATO und Russland man sollte Russland nicht einfach auslassen alle haben sich nicht makellos aufgeführt aber die Situation im Kosovo ist außerdem doch noch charakterisiert durch die Unvollkommenheit des Weltsystems was soll man denn machen wenn vor ihren Augen ein Genozid beginnt das ist die Wurzel der westlichen Position im Kosovo denn mit Milosevic hat man immerhin ein Jahr lang verhandelt und wenn Russland Milosevic nicht unterstützt hätte und seine Widerspenstigkeit unterstützt hätte dann hätte es auch keine Bombardierung gegeben dann wäre sehr viel früher zurückgewichen als nach der ersten Bombe und was wollen sie machen wenn Saddam Hussein ein anderes Land besetzt und außerdem auch noch gegen sein eigenes Volk Giftstoffe anwendet was soll man dann machen mit ihm Verhandlungen führen ich glaube das haut nicht hin und deshalb in diesen Fällen scheint mir die Anwendung von Gewalt unausweichlich leider das ist ein Defekt der Weltordnung der gegenwärtigen Weltordnung und das macht es erforderlich dass dieses System zur Vollendung geführt wird aber das ist ein völlig anderes Problem als das wovon wir jetzt sprechen entschuldigen Sie warum wurde nicht gefordert Verhandlungen zu führen sondern stattdessen zu bombardieren das verstehe ich nicht das verstehe ich nicht warum musste man die Terroristen die es wirklich gibt aber warum muss man die umbringen in Tschetschenien und gleichzeitig die zivile Bevölkerung umbringen ich kann mich sehr gut an den ersten Krieg in Tschetschenien erinnern ich erinnere mich sehr gut an unsere eigenen Berechnungen was die Opfer betrifft nur in Grozny allein ist in den ersten zwei Monaten des Kriegs 25.000 Zivilbevölkerung gestorben das so sieht die Rechnung aus wenn sie alle Tschetschenien umbringen dann wird natürlich auch Basaiv dazwischen sein darunter sein aber kann man das machen kann man so gegen Terroristen kämpfen ich möchte einfach sagen dass die ganz unvollkommenen Handlungen der westlichen Seite sowohl im Irak als auch sehr viel mehr auf dem Balkan im Kosovo man kann die wenigstens erklären durch die Notwendigkeit einer Einmischung die Notwendigkeit aufzuhalten den Mord an der Zivilbevölkerung aufzuhalten aber was wollen wir denn in Tschetschenien aufhalten das verstehe ich nicht die letzten beiden wenn sie so nett sind wir drei glaube ich vielleicht kann man die hinterländer wegnehmen wir verlieren einfach die Konzentration auch ich weiß nicht wie es Ihnen geht der Saal wird auch ein bisschen leerer könnten Sie es ganz kurz zusammenfassen vielleicht als Frage weniger als Vortrag an die hier Sitzenden und dann machen wir nochmal eine Antwort bitteschön haben Sie Mikrofon irgendjemand da ist in der ersten Reihe ich so sehr eine Frage zu stellen alles was heute diskutiert worden ist heute hier was für ein Druck kann ausgeübt werden auf Russland ich bin da mit Sonja Margulina sehr einverstanden was also heute gemacht werden kann das ist die Öffentlichkeit der europäischen Länder muss von ihren Regierungen verlangen dass die internationalen Organisationen dorthin Beobachter entsenden und diese Missionen gibt es schon sie müssen genau klar bestimmte Aufgaben haben müssen durch Europa bestimmt sein und die Möglichkeit maximal all jene Orte zu besuchen an die sie reisen wollen und die Möglichkeit haben konkrete Antworten von der russischen Seite zu verlangen und wenn diese Missionen auf Widerstand stoßen werden seitens der russischen Machthaber und hier eine Blockade ihrer Arbeit vonstatten gehen wird dann muss der Druck auf Russland weiter zunehmen und da sollte man nicht zurückschrecken vor ökonomischen Sanktionen wenn man davor zurückschreckt heißt das dass man von Anfang an annimmt man könne eigentlich nichts ausrichten und das Ziel dieses Druckes auf Russland muss letztlich sein eine ökonomische man müsste jetzt glaube ich die Einheit der russischen politischen Elite nicht zu sehr überbetonen und denken dass sie also da nicht widerstehen würde einer solchen Blockade ich denke schon dass man effektive Resultate erzielen könnte danke sehr vielleicht wenn es geht nicht als Rede sondern als Frage es ist folgendes also ich würde euch alle bitten mich nicht falsch zu verstehen weil ich möchte also kurz werden und also meine drei punkte etwas plakativ zu gestalten also erstens also ich möchte ganz gerne also Herrn Kowalow also etwas widersprechen wo er sagt dass er die Zusammenhänge also zwischen Kosovo und Kuwait nicht so sehr sieht also ich würde sagen also ganz im Gegenteil dass drei Seiten also sprich also Russland Tschetschenien und auch Westen sind die Geisel von dem neuen politischen Ordnung geworden wo also frühere Konfrontation Osten gegen Westen also diese sind sie doch so nett fassen sie sich einfach kurz es hat keinen Sinn glaube ich wenn wir immer mehr Chore verrate ich will sie nicht ich will sie nicht am reden hindern das werde ich nicht tun ich appelliere an sie friedlich fassen sie sich einfach kurz sagen sie in drei Sätzen was sie wollen aber halten sie keinen Ko-Referat wir wollen hier dann irgendwann auch zum Ende kommen diese politische Achse also hat sich verschoben also Norden gegen Süden das heißt also diese Angst also vor dem islamischen Fundamentalismus wirkt halt also in dieser schweigsamen Haltung also des Westens jetzt also in diesem Krieg Russland gegen Tschetschenien zweiter Punkt was ich betonen wollte ist folgendes also ich komme selbst aus der Ukraine und ich werde oft gefragt ob es ein Problem also zwischen Ukrainern und den Russen gibt und ich sage immer es gibt kein Problem zwischen den Russen und den Ukrainern meiner Meinung nach also es gibt ein Problem zwischen Moskau und der Rest der Welt und deshalb denke ich mir also dass die Betonung auf Russland eigentlich also nicht richtig ist es geht also um die Regierung in Moskau nochmal den Appell nochmal den Appell geht's und die muss also gezielt angesprochen werden und drittens also wo sie fragen was kann gemacht werden meiner Meinung nach es muss zum Überlebenswillen also des tschänischen Volkes appelliert werden wo ein Volk also der jetzt um sein nach das Überleben kämpft zu Geschlossenheit gerufen werden sollte um sich diesen schwierigen Prozessen widerstehen zu können haben sie herzlichen Dank haben wir noch jemand ne das war aus dem Publikum die letzte Stimme aber wirklich die herzliche Bitte ich mach's uns dann einfach ne sind sie so nett halten sie doch kein Co-Referat sondern wenn sie eine konkrete Frage haben an die Gäste die von weit her gekommen sind zum Teil unter großen Risiken was meine beiden tschetschenischen Gäste angeht fragen sie wenn nicht dann lassen was ich bin selbst ein Tschetschener ich bin selbst ein Tschetschener ich möchte kurz mal eine Reminiscenz erzählen ach nee muss das denn sein 1964 bin nach Berlin nach Deutschland gekommen arbeitete bei Osram mein Meister muss mich beobachtet haben kurz wie ich gearbeitet habe er war ein deutscher Nationalist ein ehrlich Mensch er hat haben sie eine Frage ja ich werde das jetzt ergänzen er hat mich gefragt er hat mich gefragt wenn alle Deutschen so gewesen wären hätten wir alle Deutschen so gewesen wären wie sie hätten wir den Zweiten Weltkrieg gewonnen ich habe beantwortet Herr Meister wenn alle Deutschen so gewesen wären wie ich hätten wir den Krieg gar nicht angefangen ich meine der Krieg in Tschetschenen mein Großvater hat gekämpft für seine Unabhängigkeit es kam 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 nach Türkei und Krieg ist nicht nur eine 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 demokratische Defizit auch ein geistiger Defizit das haben sie herzlichen Dank ich würde doch denken dass wir den Abend damit beschließen sollten ich möchte mich bei ihnen für ihre Aufmerksamkeit bedanken ich möchte mich bei den Gästen hier bedanken für ihre Geduld und auch den Versuch in diesem wirklich schwierigen Zusammenhang ein bisschen Licht zu bringen ich möchte mich bei den Präsidenten dieser Akademie bedanken dass er mit dazu beiträgt und beigetragen alle einig denn das ist das was fehlt haben wir glaube ich auch im Laufe dieser Diskussion festgestellt dieses Unbehagen haben wir alle warum regt sich die Gesellschaft nicht mir geht es auch so wenn ich das so persönlich sagen darf als Journalist wenn man dort arbeitet und versucht so nah wie möglich an der Wahrheit zu berichten und staunend auch nach Deutschland schaut weil da Reaktionen mehr ausbleiben insofern nochmal Dank an diese Akademie Dank an sie alle und in einem sind wir uns sicherlich alle einig dieser Krieg muss sofort aufhören und alles was dazu getan werden kann damit das passiert muss getan werden schönen Dank